Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend an alle, die da sind, auf Freitagabend und wir, ja, mit mir ans Wochenende starten. Herzlich willkommen an alle, schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Und ja, wir haben heute einiges vor und zwar wir starten, ja, heute mit der Einsaat, einmal mit Weizen und einmal mit Kartoffeln. Das heißt, wir müssen die zwei Sachen auf jeden Fall heute einsäen, da wir morgen dann Mais säen müssen, wegen der Temperatur des Bodens. Das passt auf jeden Fall heute, die 5 Grad. Wetterbrich kann ich euch nachher nochmal zeigen. Ja, hier auf der Ellerbach geht es weiter natürlich mit den guten alten Oldtimern oder Youngtimern noch dazu. Und wir werden uns langsam hocharbeiten. Ich hatte noch ein bisschen was überlegt und wir uns was runtergeladen, was wir uns auf jeden Fall noch kaufen werden heute. Und ja, ich begrüße euch auf jeden Fall hier, ich hoffe, zum schönen Stream am Wochenende oder vor dem Wochenende, so gesehen. Und ich begrüße natürlich auch erstmal in den Chat, einen wunderschönen guten Abend an GeckoFanFahrer500, HavannaHermann, GameX100, schönen guten Abend, Alice Merten, einen wunderschönen guten Abend, TimeLP. Ja, schön, dass ihr da seid und ja, ich hoffe, ihr hört mich jetzt, dann muss ich das andere nachher mal rausschneiden. Aber ich begrüße euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach rein. Ich zeige euch nur mal kurz eben, bevor wir starten, den Wetterbericht. Das heißt, ja, wir gehen mal eben kurz auf die Pflanze, was wir pflanzen wollen. Also wir wollen ja Weizen. Also ich hatte gedacht, dass wir Weizen auf jeden Fall pflanzen. Und dafür brauchen wir halt 5 Grad Bodentemperatur und für die Kartoffeln halt auch, wenn wir das einpflanzen wollen. Ähm, das andere ist halt bei den, äh, Mais braucht mit 10 Grad Bodentemperatur. Also das ist, ähm, ja, oder ist das Lufttemperatur, weil das blau ist. Das ist halt nur sowas, was, was ich mir nochmal, was, was ich nochmal nachlesen müsste. Jetzt nebenbei Fußball gucken. Oh, Fanfahrer. Oh, stimmt ja. Ich habe mit Freunden auf der Geiselsberg Anhängerwegen fahren. Ach, herrje. Okay, TimeLP. Ja, da hast du aber schon einiges. Da hast du aber einiges, äh, weggeholt, würde ich sagen, mein Bester. Alter Schwede. Hier. 1,9 Millionen Liter. Heftig, 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 heftig. Ne, wie gesagt, wir werden heute erstmal Weizen säen, also eindrillen und, ähm, Kartoffeln legen auf jeden Fall. Dafür haben wir ja letztens mal das Saatbett fertig gemacht im letzten Livestream. Oder Vater so gesehen, eher gesagt, ne. Ähm, wie gesagt, Wetter bricht. Sehen wir hier. Wir haben bis 12, also bis 15 Uhr haben wir auf jeden Fall kein Regen. Danach fängt es an zu regnen. Ist nicht so schlimm, aber Bodentemperatur, ähm, passt halt alles so weit, so wie es ausschaut. Aber Mittwoch, Mittwoch werden wir hoffentlich bodentemperaturmäßig die 10 Grad knacken, dass wir auf jeden Fall morgen dann den Mais eindrillen können. Das ist wichtig. Ja, sehr gut, Time-Map. Ja, das muss man ja alles überlegen, ne. Ich muss auch noch, wir müssen auch noch hier ne, ähm, ne Fruchtfolge müssen wir auch noch anlegen. Da müssen wir uns auch noch überlegen, wie wir das machen. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Ähm, genau. Was ich, wenn die Zahlen blau sind, bedeutet, dass es zu kalt ist. Ah, okay, alles klar. Danke Brumbeer, danke mein Lieber. Hallo, bin jetzt auch da. Ginger, auch einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Und Brumbeer natürlich auch. So, dann. Ja, würde ich sagen, schnackt mir nicht mehr länger, sondern starten. Und ich habe überlegt, wir machen das auf jeden Fall mit dem Johnny heute mal. Dass wir, ähm, sehen gehen. Da wir sowieso den, ähm, IAC brauchen als Frontlader für die Big Bags. So. Ich hoffe, wie gesagt, das Spiel ist für euch noch laut genug. Ich mache einfach mal auf 100%, ist ja egal. So, wir werden kurz hier Headtracking richtig einstellen, damit das schön passt. Alles klar. So, Tür zu. So, ich habe mir auch den Lenkradknopf hier wieder dran gemacht. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon wieder John Deere fahren, dann muss auch der John Deere Lenkradknopf auf jeden Fall wieder dran. So, ich mache mir auf jeden Fall die Musik mal ein bisschen leiser. Da wir hier mit dem Schlepper mehr als genug Musik haben. So. Genau. Ja, sehr gut, Time-IP. Ja, man muss vorbereitet sein für den Winter und das müssen wir auch. Wenn wir erstmal Tiere haben und Schweine, dann müssen wir auf jeden Fall gut vorbereitet sein. So, wir holen uns auf jeden Fall erstmal die Seemaschine aus dem Schuppen. Ja, wir müssen gucken. Ich will eigentlich vor dem Regen fertig werden mit beiden Feldern. Also das sollten wir eigentlich schaffen. So, Seemaschine. Seemaschine haben wir hier. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Dann schnappen wir uns die mal. Hat natürlich auch nur drei Meter. Standard, ihr wisst ja. So, das Tier können wir erstmal kurz auflassen. Wir müssen ja sowieso gleich wieder aussteigen. Ich hoffe, wir können so anhängen. Sonst noch was da dran machen? Eine Zapfwelle nicht? Okay. Wofür auch eine Zapfwelle im Endeffekt? So. Einmal anheben. Vorwärtsgang rein. Und den Grober, den ziehen wir trotzdem mit. Ja, den müssen wir auf jeden Fall beim anderen mal woanders hinstellen. So, wir fahren erstmal raus und befüllen erstmal die Seemaschine, würde ich sagen. Einmal aufklappen. Dann können wir den Schlepper erstmal ausmachen. Aber wirklich ein schöner Schlepper, oder Leute? Also da muss ich mich echt megamäßig bedanken. So, genau. Holen wir mal kurz ein Big Bag Saatgut. Was machen wir mit dem IAC? Dann haben wir das Gewicht hoch. Frontlader kurz an. Gibt es den John Deere zum Don't? Nee, Alice Merten. Den hab ich privat bekommen im letzten Livestream. Von einem Zuschauer. Also, den gibt's leider nicht. Von Nice. Hab ich den bekommen. Vielleicht ist er auch später wieder da. Aber den gibt's leider nicht. Aber ich meine, hätte Andeutungen gemacht, dass er auf jeden Fall kommen sollte. Aber momentan halt, äh, ja, momentan noch nicht. So, jetzt ziehen wir den mal kurz raus, den Anhänger. So. Aber jetzt ist er nicht zu weit raus. Aber wenn's nachher regnet, dann können wir den Flott wieder reinschieben. Nur einmal drehen. So. Es ist aber auch ein Zaun, was die Geräte haben, wa? So, ich würd sagen, wir verbrauchen erstmal die Säcke. Weil, da hatte ich mir ja vor, eigentlich vorgestellt, dass man die vielleicht per Hand nehmen könnte. Aber das geht ja leider nicht. Deswegen werden wir das erstmal als erstes die Säcke als Saatgut verbrauchen. Ich bin mal gespannt, wie viel Saatgut wir brauchen für die zwei Flächen. Das sind ja schon 2.100 Liter. Also, damit sollten wir schon mal ein bisschen hinkommen. Oh. So, fahren wir hinten. Ja, alles ziemlich eng hier. Wieder. Ah, ich muss mal eben kurz, glaube ich, mal noch einstellen hier. Was war das nochmal? Da, 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 da. Ist das Start-Go-Bremsung aus, oder? So, das setzen wir uns dann nämlich hinten dran. Und die, dann können wir nämlich da drauf und die Säcke dann per Hand da, per Hand da reintun. Wir müssen ja leider so auffüllen. So. Alles klar. Können wir den erstmal hier hinstellen. Alles klar. Einmal. Klappe zu. Einmal anheben. Und dann fangen wir, denke ich mal, mit dem Weizenfeld erstmal an. Das zu sehen. Tür zu. Ist ja noch ziemlich kalt draußen. Ist der Johnny privat? Ja, Havanna. Der ist privat, der Johnny. Noch. Also, der soll auf jeden Fall kommen, aber ist auf jeden Fall momentan noch privat. Marco, moin moin. Schönen guten Abend. Ich würde sagen, wir fahren wir fahren hier hoch und runter. Suchen uns mal unten von der Ecke den geraden Punkt. Oder fahren wir so? Hm. Lass mich mal gerade überlegen. Ja, ich glaube, wir fahren Nee, wir fahren Wir fahren so Wir fahren so hoch und runter. So, jetzt nochmal da draußen an die Zuschauer oder an den Chat. Mit wie viel kmh sät man denn so ein? Standardmäßig. Was sagt man? Mit 8 kmh. Okay, Brummbär. Dann stelle ich den Tempomat direkt schon mal auf 8 kmh ein. 6 bis 20. Komm mal auf die Sämaschine. Ja, ja. Wir haben ja jetzt hier diese Sämaschine. Dann mache ich bei der Sämaschine 8 kmh. So. Alles klar. Dann müssen wir noch die Frucht einstellen. Ja, haben wir über Weizen. Einmal anschalten. Und dann ab dafür. Und dann versuchen gerade zu bleiben. Ja, schafft er. Aber gerade so, wa? Ja, okay. Alles klar, Julian. Mir geht's gut, Marco. Wie geht's dir? Alles gut. Ja, wir werden jetzt auch erstmal ohne Fahrgassen drehen. Michael, schönen guten Abend. Das werden wir erst wieder bei den größeren Sämaschinen machen. Alles bestens, Marco. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Freut mich. Zum Wochenende ist das ja immer schön. Ja, morgen geht's ins Kino. Schön Jumanji gucken. Ja, und dann sehen wir uns, denke ich mal, nächste Woche, dann, denke ich mal, Montag oder Dienstag oder so wieder mit dem nächsten Livestream. Ja, Brombeer, auf jeden Fall. So. Einmal ab dafür. Die haben 23, 12, 12, auch Jumanji oder was, den neuen? Na, okay, sehr cool. Ja, wir haben, wie gesagt, ich hatte euch im letzten Stream schon erzählt, wir haben jetzt so, ja, oder unser Kino hat jetzt hier, ja, so neue Sitze verbaut, wo du halt so gesehen dieses 4D hast oder sonst was, wo die Sitze sich halt auch bewegen und keine Ahnung was rappeln und sonst irgendwie sowas. Das testen wir jetzt auch zum ersten Mal aus. Bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Für Star Wars entschieden, okay. Ja, wie gesagt, Star Wars hab ich leider gar keine, ja, gar keine Verbindung nicht zu. Da bin ich ja leider raus komplett bei Star Wars. Da hab ich gar keinen Plan. Aber ist doch cool, ist doch cool. Soll ja der letzte Star Wars sein, ne? Ne, Triologie, sie soll ja dann zu Ende sein. Disney hat ja, glaub ich, gesagt, er soll irgendwie dann vorbei sein, Feierabend, ne? Bin ich immer gespannt. Ach, die Sagen bestimmt wieder, weiß ich nicht, in 3, 4, 5 Jahren, ja, oder okay. War doch nicht der letzte, kommt doch wieder einer. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht, Marco. Erstmal werde ich ja hier sein und es kommt ja auch die Gemeinderade, dann denke ich mal irgendwann mal schauen. Keine Ahnung, wo es, wo es uns hinzieht irgendwann. Erstmal, erstmal werden wir hier die LR-Bach noch was zocken. Bis, ich denke mal, bis alle Maps, die jetzt vielleicht in Zukunft oder in der nächsten Zeit irgendwo mal kommen, dann die Kinderkrankheiten dann auch vorbei haben. Und, äh, ja, wie gesagt. Wir wollen ja nicht direkt wieder Mapwechsel machen oder sonst was hier. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen hier auch mal ein bisschen Kontinuität drin haben. War ja oft genug jetzt ein bisschen durchgewechselt hier. Guck, mein Lieber, vielen Dank für den Host. Und schönen guten Abend. Dann werden wir nachher auf jeden Fall einmal direkt mit dem Düngerstreuer drüber. Spritze habe ich mir auch jetzt eine runtergeladen. Äh, Flüssigdüngerspritze. Die werden wir uns dann auch, ähm, ja, noch kaufen müssen. Und dann später dann, wenn schon ein bisschen Wachstum da ist, dann dauern wir nochmal dann drüber. Und dann haben wir ja so die, ähm, Düngestufen durch. Und sonst so. Bei euch alles gut. Was steht bei euch an am Wochenende? Nichts. Heute Abend noch irgendwie was. Auf Piste gehen oder so. Na, oder? Ist aber gut am, äh... Gut, geht hier aber auch ein bisschen... Ah, gut, aber jetzt nicht so viel Berg hoch. Aber ein bisschen auf jeden Fall. Okay. Okay. Und driften. Ja, auf die Drifts bin ich ja mal gespannt, mein Lieber. Gulasch kochen für Wochenende. Ja, sehr cool, Marco. Gulasch ist immer sehr geil. Ungarisches Gulasch? Danke. Ich hab grad auch einen Nachschub bekommen von meiner Frau. Seit langem mal wieder. Ihr wisst, was das heißt. Seit langem mal wieder endlich. Und der ist eiskalt, Leute. Eiskalt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ne. Och, Leute. Echt geil. Hat Fräuchchen grad noch mitgebracht. Moin, moin, Pascal, mein Lieber. Schönen guten Abend. Oh. Und, Gork, was sagst du hier von dem Schlepper? Gefällt er dir? Wie bitte? Wie was bitte, Marco? Die Rundumleuchte hab ich nachher dran gebastelt. Das sieht man ja. Die ist nachträglich. An den Schlepper gekommen. Ja, ne? Perfekt, oder? Ja. Morgen erst mal Tannenbaum kaufen. Morgen, morgen muss ich erst mal los mit dem Anhänger einen Tannenbaum holen, Leute. Wer hat denn von euch alle schon einen Tannenbaum? Soll ich dann IRL-Stream machen, wie ich den Tannenbaum fälle? Habt ihr alle schon Tannenbäume euch angeschafft? Ich bin nicht verstanden, wie ein Gulaschkind hat mir ins Ohr geschrien. Achso, ne, ich hatte ja nur gefragt, ungarischen Gulasch oder was für ein Gulasch? Nein. Ich geh runter. Oh, die rappelt aber ganz schön hinter dir. Die zieht die einfach durch, wa? Auch wenn die keinen Bock hat, die Sämaschine. Ne, wir müssen vier Tannenbäume holen. Vier Stück. Wo? Mal gucken. Opas gemischter Deutscher. Uh. Okay. Gibt's da irgendwie ein Geheimrezept, oder was? Gibt's da ein Geheimrezept etwa für guten Gulasch? Deutschen Gulasch? Mit was denn dabei? Mit Knödeln oder was? Also wir essen mal Gulasch mit Knödeln. Ja, oder mit Kartoffeln halt, ne? Und ich hab gar nicht Real Dirt drauf. Fällt mir gerade ein. Aber ist dann noch nicht so, ist ja eigentlich nicht so tragisch. Ich glaub Real Dirt macht oft auch Probleme, oder? Mit verschiedenen Sachen. Na guck mal, aber die hier ist auch nicht so optimal, die Sämaschine, ne? Der haut die ziemlich weit runter, die, ähm... Spurreißer. Auch wenn er ausgehoben ist. Viel Fleisch und wenig Gemüse. Ja, ja, genau. Aber Rindergulasch, denke ich, oder? Kein Schweinegulasch, oder? Ich weiß gar nicht, macht man das überhaupt mit Schweinegulasch? Also ich wüsste nie, dass ich mal so... So was mit Schwein gegessen hätte. Schweinegulasch. Keine Ahnung. Ich hab eigentlich Rindergulasch bei uns genommen. Ja, nach so einem Kartoffelnlegen müssen wir mal schauen, was wir da für eine Sämaschine nehmen. Ähm. Müssen wir auch mal gucken, ob das vielleicht der Lohner macht, weil... Wir da nicht so unbedingt die Maschinen für haben. Und ich will mir jetzt nicht hier eigentlich momentan... Ich weiß nicht, gibt's ne alte Kartoffellegemaschine? Bist ihr da was? Nee, eigentlich nicht, aber mit Kartoffeln, halb Schwein, halb Rind insgesamt, hab ich drei Kilo. Drei Kilo Fleisch, okay. Na, ist doch schon mal ordentlich. Ist doch schon mal nicht verkehrt. Na, die Lücken müssen wir nachher nochmal zusehen hier. Aber ich glaub, wir fahren jetzt sowieso ohne Spurreißer. Oh, lieber Ohr. Nochmal. Denk zwei Reihe, okay. Also ich mein jetzt nicht, äh, verernten. Ich mein jetzt zum Legen, ne? Also ich bin jetzt zum Legen, ne? Ich kann das nicht. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir bevor es anfängt zu regnen die einen Saat durch haben für heute. Dann können wir nämlich morgen Mais noch drillen. Also im heutigen Stream auf jeden Fall noch, aber so gesehen morgen Spieltag hier. Wir müssen ja auf die Bodentemperatur achten. Ich schau mal. Alles klar. Ich meine das auch zum Legen, okay. Guck, wie ist das eigentlich? In der Landwirtschaft dreht man immer nur das Feld komplett in eine Richtung? Also jetzt muss ich alle Bahnen runter machen oder könnte ich jetzt auch da vorne, also die Seite hier, zu mir so gesehen machen? Durchzudrehen muss alles nicht zu verlieren. Das ist geschaffen. So. Und da bleibt hier mal hängen ein bisschen, ne? Die Sellmaschine. Hier mal. Ja. Vielen Dank. Weil ich dich liebe. Ja, das denke ich mir halt auch mal. Was hast du denn? Guck, hast du mir was geschickt oder was? Nee. Was ist da vor? Achso, da, da ist was. Gegenfalls sowas. Die G-Gate konnte sich noch nicht testen. Bin nicht zu Hause. Ah, okay. Kurz gucken. Was hast du denn da geschickt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, wir lassen das, glaube ich, den Lohner machen nachher. 1,5 Meter Arbeitsbreite. Moin, moin, Dene. Schönen guten Abend. Und ich weiß, wie ich's bewolle. 1 Roller, 1 Reiher, ja. Also 1,5 Meter, also das ist, äh, ja. Oh, ein bisschen heavy. Also das ist jetzt nicht unbedingt, äh, ja. Äh, wir lassen dann lieber, glaube ich, den Lohner kommen. Bisschen Kleingate haben wir ja noch auf Tesch. Tim, vielen Dank fürs Followen. Herzlich willkommen, mein Lieber. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend bei den Niners. Was ist los? Game X100, mein Lieber. Game X100, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, mein Bester, für 100 Bits. Herzchen raus an dich. Danke, danke, mal wieder für deinen Support heute Abend. Moin, Tim. Schönen guten Abend. Endlich hatte er wieder einen John Deere. Ja, ich bin auch froh und, na, ich muss da wirklich nice, ähm, aus dem Let... Also, er war mir im letzten Stream da. Er hat ihn mir zukommen lassen und ich bin echt mega, mega happy mit dem. Genau, die Herzchen raus für unseren, für unseren lieben Game X100. Der hat auch schon einiges an Bits mal hier, also schon hier gelassen, wenn man den ganzen Zeitraum immer mal sieht. Also, ist auch wirklich tausend, tausend Dank für diesen Support. So, und ich würde sagen, es ist soweit, oder? Wir machen den Monster auf heute, oder? Ach, Gott, Leute. Hm. Oh. Prost, meine Lieben. Ähm, Tim. Also, ich hab'n, ähm, Lenkrad von Logitech, das G27. Und dann hab' ich die Seitenkonsole, ähm, vom LS selber halt auch schon von Logitech so gesehen, ne? Guten Abend, die Dame, Adrie. Ja, Prost, meine Lieben. Auch alle, an alle da draußen, die auch vielleicht grad mit dem Monster oder mit, weiß ich nicht, was zu trinken da sitzen. Prost. Lass ihn dir schmecken. Ja, Game X100. Also. Oh. Das ist echt bombastisch. Und, äh, genau, Tracky A. Genau, Tracky A hab' ich auch. Ganz genau. Na klar, der Gok ist immer hier. Der Gok, der Gok muss ja immer gucken, was hier passiert, weißte. Moin, Phil, Philly, schönen guten Abend. Ja, genau, ich hab' Tracky A5 hier an der Seite dran. Genau, genau. Kein Problem. Guten Abend, Lolo, Fangolo. Schlauchboot, Klaus, moin, moin, mein Lieber. Schönen guten Abend. So, wir machen erstmal hier das fertig noch, noch die Seite hier. Und dann machen wir nachher da hinten das Stück, was wir da noch ausgelassen haben, in Fall von dem Feld. Und dann müssen wir Kartoffeln legen gehen. Dann müssen wir, endlich Freitag. Ja, Lolo, endlich Wochenende, was? Aber bei mir ist das Wochenende eigentlich auch gut vollgepackt. Morgen erst dann Tannenbäume holen, dann einkaufen, dann Kino. Dann ist ja schon wieder Abend. Und am Sonntag Geburtstag. Ja, und dann ist schon wieder Montag. Aber dann ist ja nur eine Woche noch und... Dann ist endlich der Urlaub da. Und was für ein Lenkradknauf? Lenkradknauf ist von John Deere. Ein originaler John Deere-Lenkradknauf. Lolo, ich muss echt sagen, meine Woche ging eigentlich recht schnell vorbei. Ehrlich gesagt. Genug zu tun gehabt. Also, keine Leerzeit oder so gehabt. Also, eigentlich... Zack, 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 zack. Jeder Tag irgendwie so rum. Ach, ein Traum. Ach, einfach ein Traum. Ich glaube, das kann man auch schon Sucht nennen, ne? Und wieder fast ein Jahr rum. Ja? Das ist auch... Das ist auch heftig. Fast ein Jahr. Also, ja. Wie schnell das mittlerweile geht, mit den Jahren. Das ist sowieso... Ja. Du merkst es gar nicht. Zack. Nächstes Jahr vorbei. Zack. Nächstes Jahr vorbei. Und dann bist du schon alter Knacker. Oder, Gok? Das ist ja leider das. Das geht mittlerweile alles so flotti-karotti. Guck mal, wenn ich mich jetzt zum Beispiel hier armes mit euch hinsetze. Ein bisschen zocke. Wie schnell die Stunden da umgehen, das ist jedes Mal einfach verrückt. Das ist jedes Mal verrückt. Ja, genau, Lolo. Das sag ich mir nämlich auch immer. Einfach genießen. Einfach machen. Einfach tun. Und, wie gesagt, einfach so das eigene Ding, wie es halt einem selber gefällt. Und alles andere ergibt sich sowieso. Alles andere. Man muss einfach, wie gesagt, ich sag mir immer, man muss abends ohne schlechtes Gewissen schlafen gehen können. Das ist das Wichtigste. Wenn man... Solange man das kann, hat man, glaube ich, dann den Tag über nichts falsch gemacht. Weißt du, wann Eckerbach kommt? Eckerbach? Ich weiß noch nicht mal, was Eckerbach ist. Lennart. 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 Ist doch Lennart, was ich spiele. Oder was meinst du jetzt? Das ist Lennart Season, was ich spiele hier. Ich weiß jetzt nicht genau. Oh, PS4. Achso. Ne, keine Ahnung. Da kann ich dir nicht helfen, wie das auf Konsole ausschaut. Ne, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, mein Lieber. Ne, ja, Lennart. Aber wie gesagt, leider, ne, da kann ich dir nichts sagen. Da musst du mal bei den... Entweder mal im Forum nachfragen oder halt bei den Mappern selber. Aber da kann ich dir nichts zu sagen, ne. Ja, Season muss ja dafür erstmal eigentlich auf der PS4 kommen, oder? Das Skript. Alles, ja, sonst wird dir ja der Season L aber auch ja nichts bringen im Endeffekt, ne? Ja, sonst wird dir ja nichts bringen im Endeffekt. Aber einfach einen geilen Sound, der Schlepper. Und dieser Reha-Mod auch sehr nice. Also, dass du das dann mit den Gängen so... Das merkst du halt um einiges krasser. Und auch halt mit dem Durchdrehen der Räder, ne? Ich denke ja immer, das seht ihr ja auch und so weiter. Dass der viel höher drehen muss und sonst was. Um seine Leistung, ähm, vernünftig abzurufen. Also, kann ich nur jedem empfehlen, der halt auf Realismus setzt, ne? Hab mir eben eine Pizza bestellt. Die werde ich gleich schön genießen. Sehr gut, Lolo. Was hast du für eine Pizza bestellt? Ich hoffe nicht mit Ananas drauf, mein Freund. Sonst muss ich rumkommen. Sonst gibt's Ärger. Denn Treck hat einer in unserer Nachbarschaft, ja. Siehste? Der weiß, was gut ist halt, ne? Würde ich sagen. Also, ich würd sagen, der weiß, der weiß, was Sache ist. Der Nachbar, oder? So langsam wird auch alles grün hier, ne? Wir haben ja Frühling. Hähnchen, Mais und Peperoni. Hähnchen? Mais und Peperoni. Hähnchen, okay. Hähnchen? Kann ich mir den Hähnchen auf der Pizza vorstellen, ne? Also, so wie Salami, oder was, oder? Hähnchen, ah! Ah, okay, okay. Der Typ läuft aber nicht rund. Ja, der hat halt schon ein paar Jährchen hinter sich, ne? Oder der Typ, der den Schlepper hat, läuft nicht rund, oder was meinst du jetzt? Lennart. Dann lassen wir gleich mal den Lohner kommen, zum Kartoffeln legen. Was ist das eigentlich mit dem Multiprojekt? Was ist das eigentlich mit dem Multiprojekt? Äh, das Multiprojekt, ja, wie gesagt, ähm, das wird auch auf jeden Fall weitergehen, Lolo. Aber das Problem ist halt, man kann ja irgendwo nicht alles machen, ne? Und, ähm, ja, du weißt ja, wie es ist, ne? Dann kann der, dann kann der, dann kann der und so weiter. Der Typ, der den Schlepper hat. Achso, so meinst du das. Ich hab eine Frage, darf man nach Mods fragen? Mats, du kannst ruhig nach Mods fragen, alles gut, warum nicht? Also, solange es halt, ähm, sagen wir mal, ganz normal gefragt ist und nicht einfach hier plump, gib mal Mods oder gib mal Download oder keine Ahnung was. Du kannst gerne fragen, ich kann dir eine Antwort darauf geben. Und ob die, die musst du dann halt akzeptieren oder nicht, ne? Also, aber sonst, klar, frag ruhig. Aber zu dem John Deere hier, wenn du dazu direkt eine Frage hast, äh, der ist noch privat. Und ich kann dir da leider auch nicht sagen, wann der online oder, oder wann halt zum Download kommt. Aber wie gesagt, gerne fragen darfst du gerne. Machen wir direkt mal eben hier ein Picture, würde ich sagen, oder? Danke, Lulu. Danke, danke, danke. Und so. Einen guten Abend mit dir. Ja, Lulu, ich hoffe doch, ich hoffe doch, dass ihr Spaß habt und euch ein bisschen entspannen könnt. Vielleicht selber einfach zocken und das hier nebenbei laufen lassen. Ist natürlich schöner, wenn ihr auch so ein bisschen in den Chat schreibt, ne? Natürlich immer angenehmer für den Streamer, dann einfach mit euch zu quatschen, ne? Aber macht das so, wie ihr Bock und Laune habt, ne? Also, das hier ist ja alles kein Zwang und, ähm, alles, wie gesagt, aus Spaß und einer Freude, ne? Also, das hier ist ja alles, wie gehts, was wir auf uns leid? wir gehen uns gleich auch dann noch einen Drescher direkt zulegen, solange wir noch das Geld haben, dass wir einen eigenen Drescher haben. Vielleicht können wir dann je nachdem auch ein paar Missionen machen für unsere Nachbarn. Also was heißt Mission? Das hört sich immer blöd an. Aufträge für unsere Nachbarn. Also wenn die sagen, hier hör mal zu, Jungen, kannst du vielleicht mal eben mit deinem Drescher vorbeischauen hier. Das und das müsste gemacht werden. Vielleicht können wir das ja machen. Zocke ja nebenbei Assassin's Creed. was ich mir... Ja, stimmt, hat's ja erzählt. Genau, Lolo. Stimmt, stimmt, stimmt. So, jetzt werden wir noch ein bisschen was ausbessern. Was hier nicht so... Und dann haben wir schon mal das erste Feld gesät mit Weizen. Guck mal nach vorne, da haben wir noch eine ziemliche Kante. Oh, die ja noch weg. Moin, Tom, mein Lieber. So. Dann haben wir das schon mal fertig gesät hier. Und dann fahren wir erst mal zum Hof. Und wenn wir den erst mal abstellen, am besten... Ja, wir lassen den erst mal so zusammengebaut. Weil wir müssen ja hier auf der linken Seite dann später Mais noch legen. Aber können wir Mais überhaupt hier mit? Ich meine nämlich nicht, ne? Okay, dann können wir die Sämaschine nämlich schon sauber machen. Die brauchen wir dann nämlich nicht mehr dieses Jahr. Dann müssen wir sowieso mal gucken. Ich schau mal. So. Einmal ablassen. Dann machen wir alles mal einmal sauber. Bin mal essen. Bis nachher. Alles klar, Guck. Bis später, mein Lieber. Komm, jetzt haben wir... Ja, eine Stunde gebraucht, sagen wir mal. Jetzt müssen wir gleich mal eben kurz zum... Ach, und ein Auto wollte ich mir eigentlich auch mal kaufen. Habt ihr schöne, sagen wir mal, schöne deutsche Autos? So ältere Autos. Weil hier gibt's ja immer nur diese Pickups oder Dodge Rams oder keine Ahnung was. Ich hatte... Was halt auch zum Bauernhof passt, weißt du? Wie so ein Kombi oder sowas. Sowas wäre nicht verkehrt. Um dann halt einfach mal hier so durch die Gegend zu pasen, weißt du? Die Tür können wir auflassen. In der Sämaschine stellen wir, glaube ich, mal hier rein. Habt ihr da irgendeine Idee, Leute? Nico, schönen guten Abend. Genau, den wollen wir nachher auch, aber den können wir mit der Hand rausrollen. Den können wir dann eigentlich schon mal erstmal hier stehen lassen. Und schon mal den Düngerstreuer anhängen. Was für ein ID. Was für deine ID? Was? Oh. 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 Äh, ja. Aufstellen. Was jetzt so leicht ist, äh, ja. Ist auch ein bisschen blöd. Hinstellen. Los, komm. So. Sehr gut. Oh, jetzt vorsichtig. Thomas! Thomas, mein Bester. Schönen guten Abend, mein Lieber. Tommy. Und, äh, vielen, 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 vielen Dank, Thomas, für deinen Re-Sub im 15. Monat. Herzlichen Gehen raus an dich. Und du kriegst auch einen kleinen Sound. Thomas, den hast du dir verdient. Vielen, 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 vielen Dank, mein Lieber. Für einen 15. Monat. So. Moin, Kritikun. Schönen guten Abend. Andrew, danke für, achso, für die, für, achso, für, für, genau. So, den können wir nämlich noch eben direkt voll machen, solange wir noch hier alles stehen haben. Dann können wir schon mal vorbereiten. So, die Palette können wir eigentlich dann mal schon mal woanders hinstellen. Alter. Sorry, wenn ich immer da reinpuste, meine Lieben. Aber vielen, 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 vielen Dank, GameX100. Nochmal für 100 Bits, mein Lieber. Und ja, wie gesagt, da tue ich mich immer schwer mit. Mit bester Streamer oder keine Ahnung was. Oder LS-Streamer. Oder ist für mich immer sehr, 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 ja, keine Ahnung. Das wisst ihr selber. Also, das ist schwierig, mein Lieber. Aber wunderschönen guten Abend. Und auch, Michel, schönen guten Abend, mein Lieber. Alles gut bei dir? So, dann nehmen wir uns mal eine Düngepalette vom Anhänger. Moin, die Macker vom Acker. Schönen guten Abend. Jo, passt schon. Und selbst? Alles gut, alles gut. Du weißt, aus schlechten Leuten geht's immer gut. Oh, Zalando hatte ich auch bestellt. Oh, ich muss gleich, oh. Ich muss noch was bestellen bei Zalando. Muss ich nach dem Stream. Kommt, der geht ja jetzt sowieso nicht mehr raus. Oh. Oh. Na, alles ziemlich eng hier, meine Lieben. So. Wollen wir einmal den Düngerstreuer befüllen. Schon mal. Will den Jontier haben, naja. Thomas, äh. Ja, dit, äh, ist schlecht, mein Freund. Ist ja leider nicht meiner. Deswegen kann ich den halt nicht, äh. Hab ich ja selber bekommen. Wie gesagt, äh, von Nice. Sonst, sonst musst du mal lieb bei Nice fragen, aber ich kann da halt einfach nichts zu sagen, mein Lieber. Das weißt du. Kurz ein bisschen anders hinstellen hier. Muss auch ein bisschen besser da rankommen. Dann können wir vielleicht auch die Big Packs mal runter tun. Wie viel Platz haben wir noch? Okay. Nicht mehr viel. Das reicht aber. Dann brauchen wir noch ein Big Pack wahrscheinlich, damit der voll ist. Wahrscheinlich nur so ein halbes oder so. Da müssen wir mal gucken, wo die ganzen Big Backs jetzt noch hinstellen. Die wir jetzt noch übrig haben. So. Ab dafür. So. Ab dafür. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Wo stellen wir die hin? Ich glaube hier drunter, oder? Ja. Können wir eigentlich hier hinstellen, ne? Ja. Machen wir da hin. So, der ist voll schon mal der Düngerstreuer. Da haben wir uns schon mal vorbereitet. Dann stellen wir das alles hier hin. L.U. Dinge schön entspannen. Kein Stress. Und einfach ein bisschen zocken. Solange alles gut geht, das ist ja immer das Ding, ne? Safe Game mäßig. Aber bisher haben wir da eigentlich keine Probleme, so wie es ausschaut. Favorit 614. Oh, moin. Seit wann gibt es denn so einen John Deere im LS? Ach, Leute. Ja, der, äh, Johnny, der ist noch privat, muss ich sagen. Den habe ich von einem Zuschauer im letzten Stream bekommen. Und, ähm, ja. Er ist da, oder, oder, ja. Wie gesagt, ähm, kann sein, dass er auf jeden Fall kommt für den LS. Aber wann und wo und wie kann ich nichts zu sagen. Da kann ich mich leider nicht zu äußern. Mh, Transportfever, Thomas. Ja, da bin ich schon extrem weit. Ich bin schon, wie gesagt, mit einem Spielstand im Jahr 2020 oder so. Oder 2022. Und habe fast 2 Milliarden Euro. Oder über 2 Milliarden schon. Also, da habe ich schon extrem krass gezockt. Aber wie gesagt, das mache ich halt für mich so, weißt du. Weil ich denke mal, ja, weil, keine Ahnung. Ich glaube, zum Stream ist das ein bisschen schwierig, das Game. Oder was sagt ihr? Und Red Dead habe ich gestern auch mal wieder gezockt. Oh. Ja, Thomas? Ja, Transportfever ist auch einfach mega. Und da kommen ja auch dann jetzt Mods und so weiter auch dann jetzt dann langsam. Also, es macht wirklich mega, mega mäßig Spaß. Nur meine Grafikkarte schafft Transportfever nicht mehr. Ich muss mir eine neue Grafikkarte anschaffen. Ich habe gestern schon mal geguckt, aber die sind ja so schweineteuer. Weil es ist halt nur noch... Ja, deswegen ist das heute auch für den Stream absolut nicht zu machen. Weil es bei mir halt ziemlich leckt, das ganze Game. Und ja, da ist die 89 so langsam dann doch an ihre Grenzen mit den 4 Gigabyte. Und wie gesagt, habe ich ja im letzten Stream schon gesagt, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich in Zukunft erstmal eine neue Grafikkarte für den Game-PC bekomme. Ich denke mal, die CPU sollte noch in Ordnung sein. Und aber wann, kann ich nicht sagen. Kann ich absolut nicht sagen. Erstmal, wie gesagt, muss da das Geld für da sein. Das muss übrig sein. So, gut. Können die Anhänger auf jeden Fall auch erstmal wegstellen. Moin, Marci Farmer, schönen guten Abend. Meine geht noch ziemlich gut, was mich wundert. Was hast du denn für eine, Thomas? Ich habe ja nur 89, halt mit 4 Gigabyte nur, ne? Ich habe eine 6. Ja, das wäre ja schon mal 1 Gigabyte oder 2 Gigabyte mehr, ne? Und das reicht ja schon bei vielen Dingens, ne? Ich glaube, ich würde den Anhänger lieber woanders hinstellen. Ich glaube, den stellen wir jetzt mal hier rein. Oder sollen wir das eher als Schüttguthalle nehmen? Für Weizen und so. Das ist halt nur die Frage, ne? Dann brauche ich aber eine. Ach, okay, geil. Ne, also wie gesagt, Thomas, das ist halt auch noch so ein Hauptgrund. Ne, ich fahre erstmal hinten rein. Das ist halt auch ein Hauptgrund. Grafikkarte ist so langsam mit den aktuellsten Spielen schon, ja, sagen wir mal, überfordert mittlerweile. Aber ist ja auch nicht schlimm. Da wird dann irgendwann, wird dann da was Neues geholt. So, den stellen wir erstmal hinten rein. Den Anhänger. Dann holen wir mal eben kurz den Grubber da gleich raus. So, der so komisch steht. So, einmal drehen. Kriegen wir den hier mit hoch? So, dann holen wir den hier mit hoch. Kriegen wir so nicht rausgezogen. Schade. Kriegen wir tatsächlich raus. Ich glaub's nicht. Vorsichtig. 4 GB hat meine, okay. Also meine macht absolut da Probleme. Krieg ich den nicht gebacken. Ja, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den da rauskriegen. So, den stellen wir erstmal wieder zurück. Nehmen wir uns mal eben kurz den, den Gültner, um den Gruber wieder wegzustellen. Nehmen wir uns mal auf, weh�IC Not Wiederrum geben. Enten wir uns mal dazu bei uns unter anderem. so können wir eigentlich auch draußen stehen lassen wenn ich ehrlich bin stellen wir den hier so dann schauen wir mal jetzt dass wir eine stellen wir mal kurz noch den johnny unter den stellen oder in die halle weil wenn es regnen sollte damit der dünger nicht nass wird das ist wichtig wir können eigentlich einfach hier stehen bleiben lassen uns einmal ab so tor zu alles klar dann müssen wir mal kurz schauen was wir denn dann an lege technik für die zucker für die kartoffeln kartoffel technik da gibt es wirklich nur das ne wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem saatgut dann mache ich da normales saatgut rein oder werden kartoffeln draus oder was oder kann ich kartoffeln kaufen normales saatgut okay alles klar gut das hat gut das kaufen wir dann auch direkt vom das bringt der dingens direkt selber mit wie viel passt da rein 2740 das bringt dann der so viel brauchen wir glaube ich gar nicht für das eine feld wir kaufen trotzdem mal so eine das bringt der lohner direkt selber mit der saatgut dann mieten wir die einmal dafür brauchen wir dafür brauchen wir 150 ps dann nachher 150 ps marcel schönen guten abend mein lieber so der lohner hat natürlich ab mittelgroße traktoren nur der hat keine kleinen traktoren genau den torpedon hatte ich auch noch mit reingenommen womit kommt denn der lohner hat fünf stepper groß traktor wird zu groß jetzt vor dem kleinen ding hallöchen womit kommt der lohner mit zum maxim wäre eigentlich nicht schlecht ne maxim oder haben wir auch ein puma aber lassen wir mal ein puma kommen oder oder ne den maxim nehmen wir den maxim das das sieht schöner aus nicht so overpowered nimm den maxim ja denke ich auch für ein fahrer als 175 ps version der hat natürlich gps aber macht sowieso der helfer dann oder ne machen wir selber aber wir sind ja so gesehen der lohner dann so mieten von ob wir frontgewicht brauchen müssen wir jetzt mal schauen so ja das passt doch ganz gut ja ich glaube wir brauchen schon von gewicht direkt ich kaufe direkt ein frontgewicht miete direkt eins was der lohner mitbringt gewicht dann machen wir direkt was schweres dran vorne mieten so schau mal selber in den stream weil deine cam oder licht ist aus ist immer eben ist aus ist mir eben aufgefallen schau mal selber in den stream weil deine cam oder licht ist aus ist mir eben aufgefallen wie meinst du das hä also bei mir sieht alles gut aus wird schon mal dran du bist nicht mehr so hell ne licht ist alles anders ist wenn ich weiter nach vorne gehe glaube ich nicht oder ist alles gut mehr licht habe ich leider nicht wie gesagt ich wollte mir auch mal ja ich will mir so viel holen und da fehlt einfach ja wie gesagt das nötige kleingeld zu die gato stream lights auch mal holen und so weiter aber brauchen wir da keine zapfel oder so ne die gato stream light sind zu holen aber ne so ist das licht mir mehr geht nicht das ist max das ist leider maximum mein leben aber das geht halt erst ja nach und nach irgendwann eins nach dem anderen so dann wollen wir mal los mal kartoffeln legen wie komme ich denn jetzt am schnellsten von hier aus dahin so wie komme ich jetzt am schnellsten von hier aus dahin wir sind jetzt momentan hier da fahr ich hier 149 ja am besten eigentlich hier lang und dann da ganz normal jetzt bin ich helle okay ja masse keine ahnung ja das ist halt dann ja das ist so wie er dann halt auch die kamera bock hat ist ja jetzt auch nicht die überkamera die ich da habe aber ja manchmal ja geht halt ja schwierig immer mit den einstellungen wäre halt mit diesen elgato stream light ist echt nice aber 400 euro kostet kostet das und ja geht halt nicht alles ne deswegen müssen wir uns damit begnügen so dann wollen wir mal kartoffeln legen gehen das ist auch eigentlich habe ich noch nicht glaube ich weiß nicht habe ich schon mal gemacht im ls ich weiß es gar nicht ist das schild herum gefahren muss man kurz jetzt habe ich die komplette orientierung verloren gerade schilder tatsächlich okay müssen aufpassen mit der überbreite ähm bvb tasse vielen dank fürs folgen herzlich willkommen mein lieber schönen guten abend moin moin sandro auch bei black friday war es ja im angebot ja waren die elgato lights im angebot okay naja ich bin nicht so ein black friday typ f make auch schönen guten abend wie viel günstiger waren die denn da naja müssen wir ein bisschen aufpassen hier mit der überbreite der lenkt aber auch ziemlich direkt ne hier noch kein doch klar ich habe einen johnny mein lieber f make das hier ist nur der loner da ich mir noch selber wie gesagt nicht diese gerätschaften ähm anschaffen möchte überhaupt ist noch zu neu passt nicht auf unseren hof kann ich dir aber nachher zeigen mein lieber 80 prozent 80 prozent runtergesetzt oder auf 80 laber kein elabach update ja ich habe ja die elabach jetzt nicht äh so extrem vorher gespielt weißt du also ich weiß jetzt gar nicht was sich da jetzt so extrem geändert hat deswegen kann ich da leider jetzt so direkt nichts zu sagen hier links 80 prozent die helden kosten ja 200 pro stück dann hätten die ja nur noch ne das glaube ich nicht 40 euro ne wahrscheinlich um 20 oder dann habe ich leider was verpasst naja müssen wir bis zum nächsten black friday warten würde ich sagen so dann werden wir hier mal kartoffeln legen das werden wir jetzt auch schön mit gps machen damit wir schön gerade linien hinbekommen hier muss ich mich erst mal wieder mit gps wie war das denn jetzt noch mal strgs genau ja perfekt vielen dank mein lieber Louis auch vielen dank fürs follow und herzlich willkommen schönen guten abend mein lieber so 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 tag 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 ich war gespannt wie viele kartoffeln wir rausbekommen so 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 Ja, nur für dich. Nur für dich, Thomas, die Horde brennt. Ja, zum Maislegen müssen wir mal gucken, ob wir uns da nochmal eine eigene Sähmaschine holen oder ob wir da auch wieder den Lohner kommen lassen. Nur das können wir ja heute noch nicht machen mit dem Mais, wegen der Bodentemperatur. Björn! Huhu! Schön gut, mein Lieber. Hast du denn schon einen schönen Oldie-Hexler? Häxler? Ach nee, Häxler? Ja, aber Häxler brauche ich ja nicht. Ich muss ja Körnermeis machen für die Schweine, weißt du? Und wenn, würde ich halt einen Häxler zum Hinterherziehen machen, weißt du? Und keinen, ähm, Selbstfahrer. Ja, mein Lieber. Ganz und rot heute. Ja, ist ja der Lohner, weißt du? Da kann ich ja nichts für, mein Lieber. Was der Lohner hier treibt. Der soll uns ja nur die Kartoffeln hier eben reinsetzen, da wir da leider noch nicht die eigene Technik für haben. Das ist noch nicht lohnt. Wir haben alleine die Power dafür nicht an Maschinen. Und, ähm, ja, die Legemaschine sowieso nicht. Aber ich muss jetzt mal kurz nebenbei nochmal eben kurz was bei Zalando bestellen, meine Lieben. Auch wenn es ein bisschen blöder ist. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann... Also jetzt gleich. Sonst denke ich da nämlich nicht mehr dran. Und dann stehe ich Weihnachten ohne was da. Okay. Nächstes Mal, ja, nächstes Mal LLU-Ticket, denke ich mir auch. Sollten wir besser den Puma nehmen. Alles andere ist, glaube ich, da nicht so schier. Der... Der ist sich hier schon ziemlich am Abquälen. Okay, ist bestellt. Dann müssen wir mal gucken, ne. Dann müssen wir es auf jeden Fall noch düngen später. So ein wichtiger Punkt. Dann haben wir die Düngerstreu ja schon fertig gemacht. Sollt. Vielen Dank. Ja, kannst du das beim Kartoffelligen so schnell fahren, ja? Das ist heftig, okay. Habe ich jetzt nicht gedacht. Also in Real Life auch, oder was? L-U-Dicke. Ja, aber mit dem Saatgut sollten wir auf jeden Fall gut hinkommen hier. Das passt auf jeden Fall. In Real so 10 kmh, okay. Ja, das reicht ja auch. Du musst ja auch vernünftigen Damm machen, ne? Kommt der nicht mal halt auch auf dem Boden an, ne? Kommt der nicht mal halt auch auf dem Boden an, ne? Kommt der nicht mal halt auch auf dem Boden an, ne? Na, da müssen wir mal gucken, womit wir ernten werden. Eigentlich mit dem 2- oder 1-Reiher, ne? Das ist ja das Einzige. Beim Hexeln kann man in Real auch nur 5-10 kmh fahren. Ja, das reicht ja auch. Kannst du auch hier im LS, glaube ich, auch nur 10 kmh, oder? Beim Hexeln. Hexeln kann man in practices? So, ich bin ganz normal. Beklah. Okay. So, ich bin ganz normal. Achso, hier kannst du immer 10 Karma. Ja, okay. Das stimmt natürlich. Gut. Das ist halt ja auch immer noch ein Spiel. Du kannst es ja nicht immer alles mit dem Real Life dann immer verbinden, weißt du? Das ist ja auch nicht machbar, ne? Und dann noch eine Bahn runter, dann sind wir auch mit Kartoffeln legen durch. Können wir die Zeit schon mal langsam schneller machen wieder. Vielleicht soll man düngen können? Können wir ja eigentlich auch... Oder macht man das nicht? Nicht Düngerstreuer, also mit Düngerstreuer im Regen. Glaub ich... Ne, macht man nicht, ne? Ne. Müssen wir vorher eigentlich noch Düngerstreuer fahren. Auf den beiden Feldern. Ja, klar, Eludicke. Mal abwarten, vielleicht was um 21er kommt. Ne, das ist 21. Einfach mal abwarten. Wer weiß. Vielleicht kommt da ja auch was Feines, was Schönes noch. Na, bin mal gespannt, was wir hier an Kartoffeln wegbekommen sollte, denke ich mir erst mal reichen für die Schweinis. So, nochmal kurz was schauen. Kartoffeln, Post, Zuckerrüben. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann wahrscheinlich mit Zuckerrüben. Einmal ausmachen. GPS einmal aus. So, dann fahren wir wieder zurück zum Händler. Können wir es wieder zurück haben hier. Und dann könnten wir... Ja, wie gesagt, habt ihr irgendwie eine Idee für europäische Autos? Schöne europäische Autos. Was ich hier schön ins Gameplay mit einbauen könnte. So ein Kombi, Passat Kombi oder irgendwie sowas in der Richtung. Nicht diese ganzen amerikanischen, weißt du. Damit ich halt auch so ein Auto habe, womit ich hier rumkutschen kann, weißt du. Das wäre ganz cool. Authentisch, mein Lieber. Schönen guten Abend. Grüß dich. Ferdi, mein Lieber. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Ferdi. Hi. Audi, ein Kombi. Ja, kann auch ein Audi sein. Das ist mir egal. Also ich habe jetzt nicht irgendwie... Wenn ihr da irgendwas cooles habt, wenn ihr da was wisst, was vernünftig ist, was keine Fehler macht, was gut aussieht, was gut hier reinpassen würde. Wutluki, auch schönen guten Abend. Und vielen Dank fürs Follow, mein Lieber. Wenn du mal unsere Fahrzeuge vom LU sehen willst. Wir haben auf Insta eine Seite. Lohnunternehmen Dicke. Kann ich mir gerne mal anschauen. Nehme ein VW Lupo. Hab was im Discord reingeschickt. Okay, gucke ich mal eben. Und? Acht. Thomas. Eine alte C-Klasse. Ja, sowas wäre auch okay. Thomas. Ja, nee. Das ist jetzt nicht so ein Kübelwagen. Sowas in der Richtung. Nee, sowas nicht. Sollte schon passen, weißt du. Das sollte schon reinpassen. Alte C-Klasse oder sowas. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwas habt, könnt ihr gerne im Discord schicken oder anwispern. Wut. Luki. Schönen guten Abend. Hi. Wenn ihr da was cooles habt. Womit ihr Erfahrung habt, was funktioniert. Würde ich mich darüber freuen. Porsche. Thomas. Das soll auch dazu passen. Oder ein schöner russischer Lader. Ja, nee. Wie gesagt, das finde ich passt hier nicht zu. Das finde ich passt hier nicht zu irgendwie. Da müsste immer so ein deutsches Auto sein. Irgendwie so Audi, VW, Kombi mäßig oder weißt du. Sowas in der Richtung. Irgendwie sowas. Sowas in der Richtung. Ein Pickup oder so. Passt hier, finde ich, auch nicht rein. Und die normalen Autos, die jetzt dabei sind. Wie heißt der Discord? Kann ich dir mal... Oder Thomas, kannst du vielleicht eben mal einen Link reinschicken? Vom Discord-Server. Oder ist gerade sonst jemand da? Sonst kann ich das auch machen. Oder ja, warte, ich mach's eben direkt. Ich schicke euch mal den Link rein. So, da ist der. Vom Discord. Leider ist gut. Musst du in der Werkstatt zulässig auch beim Winter? Musst du in die Werkstatt zulässig auch im Winter? Ja, okay. Agrartechnik Austria. Schönen guten Abend, mein Lieber. So, in den Schlepper können wir... Oder da, ja. Das können wir hier schon mal zurückgeben. Was heißt zurückgeben? Der Lohner nimmt es jetzt natürlich wieder weg. Damit sein mit seinen Fahrzeugen. So. Alles klar. Dann haben wir das. VW Passat. Ja, sowas. Ganz cool. Warum nicht? Servus. Pure Gaming Tim. Schönen guten Abend. Sowas war, wie gesagt, alles vollkommen in Ordnung. Wenn ihr da irgendwas habt. Schreibt es mir gerne. Aber ich sag mal, diese Standardfahrzeuge hier finde ich halt nicht schön, weißt du? Das sind ja so amerikanische Dinger. So, was ich mal eben schauen wollte. Was haben wir an Einzelkoren Sälmaschinen? Haben wir da irgendwas Mutt-mäßiges dabei? Achso, nee. Das sind normale Sälmaschinen. Einzelkoren. Saartechnik. Morgen, Zweckagra. Schönen guten Abend. Audi A7. Der ist auch wieder von Thomas. Ach. Das ist halt so eine bonzendicke Karre, weißt du? Das finde ich passt irgendwie nicht, weißt du? Jetzt hier zu dem Hof mit den Oldies. Das muss schon irgendwie dazu passen. So. Haben wir irgendwas Mutt-mäßiges? Nur hier das, ne? Wie viel PS brauchen wir? 100 PS. Das könnten wir uns kaufen. Dafür brauche ich dann schon 100 PS. 150. Die kaufen wir uns jetzt, würde ich sagen. Dann haben wir schon mal so ein bisschen was Neueres an Maschine. Ist ja nicht verkehrt. Kaufen. Da wir ja Mais legen müssen. So. Soll ich mal kurz rausgehen? Weil ich würde mir gerne halt auf jeden Fall ein Auto zulegen. Und ein alter Ford F100. Na ja, wie gesagt. Das ist halt so amerikanisch, finde ich. Das passt irgendwie nicht dazu. Ähm. Ich hatte doch noch was gedacht, letztens. Erst mal eben gucken. Ja, passt doch. Was hat er das überhaupt für eine Arbeitsbreite? Habe ich gar nicht geguckt. Ist ja auch eigentlich egal. Das ist ja jetzt nicht so ein Riesenfeld. Was haben wir da? Drei Meter. Das ist okay. VW Golf. Ja, sowas. Sowas ist vollkommen in Ordnung. Ich speichere mal kurz. Dann gehe ich mal kurz ins Internet. Und suche ich mal was raus. Dann suchen wir uns mal was raus. So, was haben wir denn hier schon mal? Oh. Da hat der Thomas schon was geschickt. Ein kurzer Weinschauen. Ja, sowas. Das würde passen. Ja, den nehmen wir schon mal. Moin, alles real. Nur mit Trinken. So ein Durst. Ford Focus. Wie gesagt, wir brauchen jetzt auch nicht 3000 Autos. Halt was, was, was vernünftiges, gut ist. Vielleicht mit einer Anhängerkupplung. Können wir uns direkt den Anhänger mit runterladen. Der hier doch. Ich war doch ein Anhänger, oder nicht? Der. Was können wir denn damit überhaupt? Laden wir einfach mal mit runter. Haben die denn hier Autos? Irgendwie? Da. Hast du da etwa eine... Nein. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Authentisch? Nein. Ich? Nee. Nee. Nee, das gefällt mir alles nicht. Kennzeichen ist halt nicht deutsch. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. So. Wo haben wir hier irgendwie Autos oder so? Da sind Autos. Dass ich mal nach Ausdruck gucke im LS. Das ist ja ja auch nicht gedacht. Leben ohne Zwang. Sie haben uns so lange für ein Leben ohne Zwang. Hyundai. Ja, aber es ist auch wieder Österreich. Haben wir irgendwas deutsches? Deutsches Kennzeichen? Benza Mercedes. Ja, aber... Oder Pickup. Und zusammen... Ja, dicker S63. Genau. Als kleiner Bauern erstmal einen dicken S63 AMG kaufen. Ah, die alte Dame. Herr Flamex ist auch da. Bist du wieder in der Schule oder was? Ja, wir kaufen uns Bugatti Divo. Weiß nicht, was der da mit dem LS will jetzt, weißt du? Klar, ein Auto, um ein bisschen mehr Ding ins reinzubringen, ist ja nicht verkehrt. Hab einen Mundsatz. Genau. Hier, Zitronen, Berlingo, sowas in der Richtung, weißt du? Auch österreichisch. Ich glaub, den laden wir auch mal runter. Sowas halt, ist doch... Das muss halt authentisch sein, weißt du? Du fährst doch nicht mit dem Bugatti Veyron und einem C63 AMG zu deinen Feldern, weißt du? Das ist doch... Also... Zeig mir den Bauern, der das macht. Das muss nicht immer teuer sein. Das hat alles so dicke Karren, ne? Ja, das ist ein alter BMW X5. Ja, aber ich denk mal, das ist okay, was wir jetzt haben. Uldi Mustang V8 würde mit dem Heli zu den Feldern. Ich sag da mal nix zu, Flammex. Vielen Dank. Auf jeden Fall für deinen Kommentar, mein Bester. Haben wir sonst noch was Interessantes? Ne, ne, mal eben kurz durchschauen. Lalalala, nicht nicht zu lange. Sonst haben wir eigentlich auch alles, ne? Ja, sonst brauchen wir eigentlich auch nix. Dann nehmen wir mal kurz die drei Sachen noch mit rein. Machen wir hier das Gott schon mal wieder aus. So. Einmal der Blingo. Einmal der Anhänger. Und einmal der Golf. So, das einmal zu. Dann gehen wir wieder in den LS. Gar kein Problem. Immer gerne, weißt du doch. Ja. Flammex, vielen Dank für deine absolute produktive Hilfe, mein Bester. Fuchsi, mein Lieber. 187. 187 Straßenbande. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen, mein Bester. So, gehen wir wieder rein. Moin, Fuchsi. Schönen guten Abend. Die meisten machen halt nur die Bonzen-Autos. Ja, wie gesagt. Und passt halt einfach nicht zu so einem Hof, finde ich. Das muss doch rundum stimmig sein. Das bringt doch nichts, wenn du mit den Oldies oder mit so Youngtimern da durch die Gegend fährst und holst aus der Garage einen Bugatti Varon oder keine Ahnung was oder einen C63 AMG und bretterst dann zu deinen Feldern oder was. Es ist irgendwie für mich passt das einfach nicht. So. Agrartechnik Ausseher. Vielen Dank für den Host. Ich würde sagen, wir kaufen uns dann auch mal direkt ein Euticke. Gucken wir uns die erstmal an. Machen die Fehler? Ne. Citroën Berlingo. Wäre schon nicht verkehrt. Aber hat er keine? Hat er denn keine? Rettungsdienst. Ach ey. Der hat aber keine Anhängerkupplung. Könnte ich jetzt nichts. Hat der eine Anhängerkupplung? Auch nicht. Schade. Na gut. Ist egal. Dann müssen wir erstmal den Anhänger... Lassen wir Anhänger Anhänger sein. Ich würde, glaube ich... Was meint ihr? Was meint ihr? Den VW, oder? Würde ich auch sagen. Mit Farbwahl? Was ist das hier? DAL? Golfvariant DAL 1? Was ist noch der Unterschied? Ach so, Motorleistung, oder was? Ne. Macht da keinen Unterschied. Wir nehmen einfach eins. Kostet sowieso alles nichts. Bauernverband, mein Lieber. OWL, vielen Dank fürs Followen. Herzlich Willkommen. Schönen guten Abend. Es gibt noch einen geileren Golf. Wie sie... Sie ist... Wie sie... Wie sie... Was? Nicht Polizei. Nein, Chris Zellner. Nein, nein. Nein. Flashlight? Was ist Flashlight? Wir lassen einfach hier die 1. Und gut ist... Dann machen wir Farbe. Dann schwarz. Was machen wir denn für eine Farbe? Ich glaube, ich würde die Farbe nehmen. Flashlight ist... Ach so, okay. Alles klar. Alles klar. Moin, Polzina. Schönen guten Abend. Oder die Farbe? Ich glaube, wir nehmen die Farbe. Wir kaufen den so. 31.000. So. Fahren wir mal kurz... mit Eutige... Zu uns. Wie schaut's denn aus? Okay. Sieht aber auch gut aus von innen, ne? Schöne, helle Sitze natürlich. Die Spiegel sind jetzt nicht die besten. Das stimmt. Aber weißt du, so können wir dann halt mal zum Händler fahren oder sonst irgendwo hin, weißt du? Und sonst haben wir halt so ein bisschen... Bisschen mehr, äh... Ja, live... Also real live drin, weißt du? Weil... Du jumpst ja nicht so gesehen. Von da nach da. Oder von hier nach da, weißt du? Gucken wir mal, was er drauf hat. Oh. Oh, der geht schon gut. Natürlich auch 50 runterbremsen vor der Ortschaft. Wann streamst du? Uh, uh, uh. Wann stream ich immer? Ähm, ich hab keine festen Streamzeiten, mein lieber Chris. Ich hab leider keine festen Streamzeiten. Ich stream dann, wie ich Zeit und Lust hab. Ähm, aber hauptsächlich natürlich abends, ne? Und in der Woche. Am Wochenende eigentlich kaum. So, hier geben wir mal wieder Gas. Mal gucken. Jetzt müssen wir hoffen, dass keine Polizei da ist. Uh. Äh, GTA-Freak. Nico. Vielen Dank fürs Followen. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, mein lieber. Oh, der Bauer Nico. Bauer Nico. Ja, einen schönen guten Abend, der Nico. Ja, der geht aber schön. Der geht gut. Und der passt halt. Weißt du, es ist natürlich schon gut was Sportliches, ne? Also, kannst du ja nicht anders sagen. Ist ja die R-Aus, die R-Line-Ausstattung. Aber, schön. Mein Discord ist auf PC und Twitch auf Handy. Deshalb komme ich nicht auf Discord. Ah, okay. So, den stellen wir erstmal hier rückwärts hin. So. Aber ich gehe... Was ist das für eine Map? Äh, gib mal Ausrufezeichen Map ein, mein lieber. Aber ich gehe mal eben kurz auf Toilette und bin sofort wieder da. Bis gleich, meine Lieben, ja? Nicht weglaufen. Ich gehe mal aus. Ich gehe mal aus. Ich gehe mal aus. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wieder da Heißt der nicht früher anders auf Twitch? Ja, ja, wie gesagt, der Name wurde jetzt vor 3, 4 Monaten, glaube ich, geändert, mein Lieber Ähm, genau Weil die Gruppe aufgelöst hat, gebietet hat er sich Genau, genau Aber alles gut, meine Lieben, alles gut Kein Dingens So, wir machen weiter Wir müssen jetzt, äh, beim Händler mal Ähm Ja, die Dingens holen, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, welcher Schlepper von uns hat denn Über 100 PS Der hat 116, der hat 105 Ich glaube, wir nehmen wieder den Johnny Dann müssen wir doch nochmal kurz den Düngerstreuer abmachen Machst du, was geht da? Seit wann hast du so'n Kontostand? Äh, ja, aber ich hab ja ein bisschen was verkauft Und ein bisschen was geerbt, ne? Die Map Ost ist ganz schön Ist ganz schön groß Ja, die ist auch sehr schön, die Map auf jeden Fall So, eben mal kurz abmachen alles Hier brauchen wir doch nochmal Den Düngerstreuer mal kurz wegstellen Warum kann ich den jetzt nicht wegstellen? Aber der Schlepper ist wahrscheinlich zu nah dran, ne? Äh, das kann ich jetzt nicht genau sagen, Thomas Also, ich hab jetzt einfach Achso, kann ich nicht, weil der voll ist Ja, okay, alles gut Ähm Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen Also, ich hab jetzt einfach die vom Mod abgenommen Weil, ich sag mal, das ist ja so gesehen Mit die Das Beste, ne? Also, oder halt das Direkteste, find ich Fahr nochmal eben kurz Lege Maislegemaschine holen Ah Ja, und Drescher, genau Drescher wollte ich halt auch noch kaufen Also, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, mein Lieben Ja, und ich binане Da Chris, C, oh, oh. Okay. Okay. Aha. Ja. Moin, LS-Bauer, mein Lieber. Schönen guten Abend. Und Chris, vielen Dank fürs Followern. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich hätte das voll Bock zu zocken. Also die Map. Leider habe ich keine, der mit mir spielt. Ja, Nico, das ist, ja, wie gesagt, das ist immer schwierig. Richtig coole Leute zu finden. Ja, Arma Johnny, genau. Ist immer schwierig. Richtig gute Leute, also für wirklich ein, also für ein, ja, für ein Gameplay zu finden, weißt du? Die halt auf der gleichen Wellenlinie ticken, die den gleichen Stil und Fahrstil und den gleichen Ansatz vom Spiel her haben, weißt du? Das ist das. Man kommt frisch dazu und das Erste, was man sieht, ist ein Unfall. Ja, Chris, ja. Ist auch eng die Kurve da mit dem LKW, also. Und der rast da auch rum. Aber ich kann dich schon mal beruhigen. Ist nicht, äh, Standard so. Ja. Oh. Ja, was wir dann, genau, wir machen, wir besorgen jetzt schon mal alles für die Schweinchen, dass wir alles da zusammen haben, dass wir uns dann auch Schweine anlegen können. Dann müssen wir mal gucken, wo wir das überhaupt alles lagern, die Sachen. Da bin ich nämlich noch am überlegen. Wo wir den Weizen lagern, wo wir den, das, das Mais, also Körnermais lagern, wo wir die Kartoffeln lagern. Du wolltest es doch, dass die schneller sind. Ja, klar, dass die schneller sind, ist ja nicht verkehrt. Ich gucke mal kurz weiter, bin aber gleich wieder da. Okay, alles gut, Nico. Sehr cool, LS Real. Ja, das finde ich halt auch geil, ne? Wenn du so im Freundeskreis wirklich Leute hast, die mit einem dann zocken, ne? Und vielleicht noch in der Familie oder so, ne? Wie schaut's aus mit dem Gewicht? Das passt. Dann werden wir jetzt gleich mal Mais legen. Oh, 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 oh. Ja, das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt, LS Real. Wenn man dann sich noch so Mods entweder zurechtbasteln kann oder neue Mods oder Maps, weißt du, das ist doch geil. Was willst du denn da noch mehr? Oh, Loading. Loading, Finn, mein Lieber. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Loading, Finn. Da kommt er, ja, oh, ja, ja, ja. Nee, warum? Kommt noch einer. Finn, schönen guten Abend. Hi. Hätte einer Bock, mir zu zocken? Also natürlich, wenn ihr wollt. Du kannst auch bei uns im Discord mal reinschreiben, Nico. Da kannst du, gibt's auch so ein, ähm, ja, so, 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 ja. Bereich, wo du einfach reinschreiben kannst und, äh, wo du dich auch melden kannst, für wer, ob vielleicht jemand mit dir zocken möchte. Das geht auch. Oder du meldest dich bei uns für das Community-Projekt oder so. Aber die sind, glaube ich, auf, ja, die sind auf der NF Marsch. Nee, das geht nicht. Geht, ja. Ich kann ja mal eben kurz den Link reinhauen. Warte mal. Das wäre der Discord. Vielleicht findest du ja da jemanden. Oder eine Truppe oder so. So, müssen wir erstmal Saatgut reinschmeißen. Aber, naja, brauchen wir eigentlich noch nicht. Ja, wir können die eigentlich schon mal fertig machen. Aber, ähm, ja, Mais legen können wir sowieso noch nicht. Da wir das Problem haben mit der Temperatur des Bodens. Das passt nicht. Wie könnte man Mod werden? Moderator? Äh, pfff. Dafür musst du erstmal ganz lange hier sein schon. Oder, ja, wie gesagt. Und Einsatz im Chat zeigen. Und nett sein. Und helfen. Und solche Sachen alles. Also, ähm, ja. Das, äh, ja. Ist nicht so einfach, sagen wir mal. So. Dann schnappen wir uns doch nochmal eben den, äh, Düngerstreuer. Und machen schon mal die Flächen fertig. Die wir jetzt schon, äh, Fertig gesät haben. Moin Moin Kai. Schönen guten Abend. Da fahren wir erstmal hier das eine Feld schon mal düngen. Dann hinten das Kartoffelfeld auch noch. Und dann, ja, können wir die Zeit erstmal ein bisschen nach vorne machen. Den alten Deutz, wo ich den her habe? Aus dem Internet. Thomas. Kannst du nochmal Discord schicken? Bin auf dem PC auch da. Ja, das ist klar, Dicke. Mach ich. Hier das Discord. Schnell fahren wir. Machen wir mal so 14. Guten Abend, coole Bros. Alles gut, und selber? Wir getz, wir getz dir. Perfekt, perfekt, Elwood Dicke. Mir geht's auch gut. Ja, sehr cool. Moinsen, Chris. The Birded Teddy Bear, mein Lieber. Schönen guten Abend. Was hast du denn da neben dem Namen? Was ist das für ein Logo, mein Lieber? Schönen guten Abend, mein Bester. Ja, freut mich auch, dass es euch allen, denke ich, doch gut geht. Hoffe ich doch. Soweit. Case Fan, auch schönen guten Abend, mein Lieber. Das ist der GLHF Badge, eine Community gegen Mobbing und Rassismus auf Twitch. Sehr gut. Sehr gut. Moin, Pete-Louis. Schönen guten Abend. So schnell wie der Verteiler wackelt am Streuer macht er in der Realität nicht. Ja, gut. Was willst du da machen, ne? Das kann ich ja jetzt leider nicht ändern. Oh, wie sehe ich. Hat meine Elfe dir schon einen John Deere gebracht? Was? Ja? Was? Aha. Aha. Da schließt sich der Kreis. Ja, Teddybär, mein Lieber. Ich kann mich nur bedanken für diesen absolut krassen John, also geilen, mega, 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 mega geilen John Deere. Und, äh, ja, wenn, wenn der von dir kommt oder von, ähm, ja, also echt geil und vielen, 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 vielen Dank kann ich nur sagen. Also echt geil. Und, ähm, ist das da, ja, es ist halt so gesehen schon meine Lieblingsmarke, die ich fahre im LS. Das kann man eigentlich schon sagen. Und dann auch so geil, also so geil gemacht mit allem drum und dran, mit Sound und so. Also geht schon, ja, geht ja eigentlich nicht besser. Und ich kann mich halt nur einfach bedanken bei dir. Dass du den so zur Verfügung stellst und mir da einfach traust, dass ich da nichts weitergebe oder sonst was. Das ist ja nicht selbstverständlich, mein Lieber. So. Dann haben wir das fertig hier. Ist nicht von mir, hab ich nur Zufall gefunden und er sofort wieder vermaggen worden wurde. Ah, okay, alles klar, alles klar. Äh, American Dragon, moin moin. Jeder will einen haben hier. Aha. Thomas, aha. Guten Abend. Achso, ja. Hatten wir ja schon, hatten wir ja schon. So, fahren wir nach oben zum Kartoffelfeld, würde ich sagen. Gab's mal auf FBM. Ah, okay. Okay. Ich hoffe, dass es da nichts falsch ist hier. Ich hoffe, das gibt keinen Ärger, aber ich... Ja. Matze, das gibt Ärger. Ja, Flamix wahrscheinlich. Böse, böse. Ja, danke. Wieder so ein LKW. So, fahren wir nach oben zur Fläche. Mal die Kartoffeln eben schon mal einmal düngen. Guten Abend, Antiräte. Ja, ja. Und Flamix, bist du noch in der Schule? Immer diese Ja, Chris. Also, die LKWs, das ist nicht normal hier. Das ist nicht normal mit den LKWs. So, düngen wir hier oben noch fertig. Zeit kann ich jetzt schon mal ein bisschen schneller stellen. Ach, du hast Freitags frei? Ach, guck an, Flamix. Ja, dann hast du ja Glück gehabt. Du Matze, stehst du auf Unimox? Moin, Moin, Coverhome. Mein Lieber, schönen guten Abend. Äh, Unimox. Ist nicht verkehrt. Ist auch cool, auf jeden Fall. Coverhome, mein Lieber. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Auch für 100 Bits, mein Lieber, von dir. Danke, danke. Geht alles in die Grafikkarte erstmal. Weil Transportfever ist so am rumlecken. Und, ähm, ja. Aber wie gesagt. Nächstes Jahr irgendwann. Vielen, 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 vielen Dank, mein Bester. Herzlichen gehen raus. Finn, ciao. Schönen Stream noch und muss los. Alles klar, Finn. Schön, dass du da warst. Und dir auch noch einen schönen Abend, mein Bester. Ja, wie gesagt. Aber, ja, muss halt schon öffentlich, muss halt schon wirklich rauszugeben sein oder von dir privat sein oder so, weißt du? Weil wenn da irgendwas verteilt wird, ist halt immer so ein bisschen, äh, Dingens, ne? Wir haben einen 406er Unimer. Okay, sehr cool, danke, tschö. Cover. Cover Holm, nochmal vielen Dank für 100 Bits, mein Bester. Danke, 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 danke. Mein Bester. Herzlichen nochmal raus. Jetzt ist aber Feierabend. Ich muss eigentlich so ein Pod machen, Grafikkarte, wo das einfach nur reingeht. Das soll dann kein Spenden, aber das, das, das wird dann wieder falsch aufgenommen. Das wird dann Spendenziel rein... Nee, das lassen wir. Das lassen wir, das lassen wir. Nein, 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 nein. Alles gut. Vielen, 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 vielen Dank, mein Lieber. Eigentlich reicht das, glaube ich, wenn wir hier einmal hoch und einmal runter fahren, oder? Müsste eigentlich passen. Ja, aber ich glaube, ich habe erstmal auch genug Fahrzeuge, Nico, oder? So, mit meinem Spiel, nur noch ein bisschen Fortnite. Mach das, mein Lieber, mach das. Viel Spaß. Alter. Cover Holm, jetzt ist Feierabend. Vielen, 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 vielen Dank nochmal für 100 Bits, mein Bester. Danke. Geht alles in den Pod rein, mein Lieber. Herzchen sind raus, mein Bester. Danke, danke, danke für dein Zweitort. Los, nehmt meinen Namen von da oben weg. Von da oben weg? Achso, achso, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ganz entspannt, Leute. Alles cool. Das könnte fast passen, oder? Ja. Ach, die Spritze wollten wir noch kaufen. Die müssen wir auch noch kaufen. Und einen Drescher wollte ich noch kaufen. Das können wir heute noch alles machen. Wie kann ich einen Mod in Discord schicken? Das geht gar nicht, weil der Mod auf jeden Fall zu groß sein wird, meine ich. Du kannst wieder einen Link schicken. Also, dann musst du den hochladen, selber, und dann kannst du einen Link dazu schicken. Gut, gut. Gut, gut. Wenn mit Sicherheit erst mal sich alle da drauf stürzen und alle, die zocken, weißte. Und ich hatte überlegt, ob ich das vielleicht dann so mache. Wenn die Kinderkrankheiten vielleicht dann so weg sind, weißte, dass ich dann vielleicht da drauf gehe, weißte. Wenn das alles dann vernünftig funktioniert und sonst was. Ich meine, fast jede Karte hat Probleme erst mal am Anfang, ne? Und erst mal abwarten und dann irgendwann vielleicht da drauf gehen. Vielleicht mache ich auch ein Projekt mit jemand anders da drauf. Mal schauen. Lasst euch überraschen. Mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Ach, wir wollten mal eben kurz schauen. Düngerstufe. Gepflanzt. Okay, das passt. Gedüngt haben wir, und da haben wir jetzt schon, 129 haben wir jetzt schon, volle Düngestufe. Ne, ach so, wir haben drei Düngestufe. Ne. Ach, wir müssen ja dreimal düngen. Stimmt, ja. Im Season? Stimmt, müssen wir dreimal düngen. Gerade war doch immer deine, eure Map. Ja, genau. Wie gesagt, das war ja Nico. Schönen guten Abend. Das war ja so gesehen unsere Map im Endeffekt, ne? So, genau. Spritze. Hast du was von Freiwild? Wie gesagt, das kommt, wenn dann alles in der Playlist. Aber ob ich da genau, also Spotify, ne? Da ist mit Sicherheit gibt's da Freiwild. Aber ich lass das halt einfach durchlaufen. Das ist am entspanntesten, weißt du? Ja. Müssen wir noch eine Spritze kaufen, einen Drescher? Das können wir heute noch machen, weil, ich sag mal, mehr können wir heute eigentlich erstmal jetzt so feldtechnisch nicht tun. Müssen warten, dass die Bodentemperatur nach oben geht. Aber wie geht der Link da rein? Bei Discord oder was? Einfach reinkopieren. Oh. Ja, okay. Fahre mal eine weiter. und drehen uns da mal kurz. So. Fahr vorbei. Dann geht's jetzt gleich links. So. Dann geht's jetzt gleich links. Ja, das freut mich. So. Okay, wir wollten nämlich, ich wollte nämlich mal eine Spritze kaufen und einen Drescher. Spritze. Spritze. Lalalalala. Wo haben wir denn die? Dünger. Da. Pflanzenschutz. Ich spiele gerade auch auf... Ah, sehr cool, mein Lieber. Freut mich. Die hier. Hatte ich mir überlegt. So. Und dann... Drescher. Das machen wir aber dann gleich, wenn wir die Spritze weg haben. Gamezone. Dafür nehmen wir uns aber jetzt den Deutz und fahren die Spritze da mit holen. Auch wenn wir ein bisschen länger unterwegs sind. Wir haben ja Zeit. Heute ist nicht mehr viel zu tun auf dem Feld. Und dann... Einmal ab dafür. sehr gut. Ja, genau. Das parabendraht ist nicht klar. Vielen Dank. Oh, der ist auch fast leer. Naja. Dann müssen wir später noch Pflanzenschutzmittel kaufen. Jetzt holen wir ihn dann wieder mit dem Anhänger auf jeden Fall. In Fässern so gesehen. Okay. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, L.U. Dicke. Normalerweise sollte das eigentlich funktionieren, hm? Sonst schickt den Link mal überwissbar hier dem Thomas oder dem Gok, also dem Hexler Thomas oder dem Gok. Ja, oder genau. Quatsch mal mit Gok oder so. Das sollte normalerweise funktionieren. Unter Ellerbach. So, der Händler hat uns schon die Spritze hingestellt. Haben wir gebraucht gekauft über den Händler. Der hat uns die hier anliefern lassen. Ach so, er sagt nix. Na dann... Hm? 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 oder klar du wieder über die denken ja die bremsen schon das denken die sich ne naja batzitum hi schönen guten abend das sehen wir gleich wieder gut stau hinter uns haben naja was willst du machen in den forst müssen wir auch irgendwann mal gehen und so weiter na ja aber alles im winter das werden wir alles im winter machen die spritze passt gut zu dem deutsch ja würde ich auch sagen oder wir müssen uns ja wie gesagt mit allen geräten noch irgendwie updaten können bringt ja nix wenn wir immer das größte und neueste und toll zu kaufen wir fangen ja klein an so gesehen gleich kaufen wir noch einen schönen drescher rainbow six nekai heute kein rainbow six mein lieber ich nicht ich würde gerne wie gesagt gerne mal transport fieber 2 zeigen oder machen oder tun aber das würde nichts bringen wo die schingen oder die schingen ok wir noch mal kurz dc bei alles klar guck wie gesagt schön dass er mit dem mit dem quatsch da kommen die spritz hat jetzt 17 meter das passt eigentlich ganz gut auch zu dem düngerstreuer wenn wir dann später fahrgassen machen sollten dann können wir so auf 17 meter ja oder 16 meter müssen wir gucken wie wir das dann am besten hinbekommen können wir uns daran anpassen auch so ein lkw hupe auch so ein lkw hupe ja ja Du brauchst auf jeden Fall ein Headset Dicke Ingo, moin moin mein Lieber So, dann kaufen wir jetzt noch einen Drescher Und zwar, was haben wir denn da Schickes, Feines Lieber ein LKW-Huber Ich würde sagen, wir nehmen den Ja, aber den Klaas Mega, den finde ich eigentlich schon Wie so ein Super, was ist denn Der Unterschied zu dem Ach, der kostet 31.000 Hä? Ja, okay Und du kannst um einiges mehr auswählen Ja, wir nehmen den auch für 31.000 Finde ich besser Hab Mod geschickt Okay Ach, der Uni Ja, sehr cool Sehr, 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 sehr cool Der ist gut Ja Ich glaube, ich nehme den hier So, Felgenfarbe Gut So, du bist mein Glück Möchte mir meine Lieder Keins davon zurück Auch nicht schlecht Ja, nee, den Mega Wie gesagt, den will ich ja noch als Update haben Wenn ich jetzt direkt den Mega nehme Dann habe ich nach dem Mega Wenn ich dann direkt schon ganz neuen Drescher weiße So habe ich jetzt erstmal den Danach kommt der Mega Und dann kommt ein ganz neuer Weiße Ja, sehr cool Vielen, vielen, vielen Dank Designfarbe Achso Ich würde sagen In Rot sieht das nicht schlecht aus, ne? Nehmen wir den so Ich glaube, so nehmen wir den Hast nicht einen Dominator aus dem Class DLC Ja, das muss ich Den muss ich auch mal wieder laden Den habe ich nicht drauf Aber der wäre mir auch noch Jetzt noch zu neu, weiße Nehmen wir den so Kaufe ich jetzt Bei einem guten Drescher geschickt Achso, ja Ja, aber wie gesagt Ich möchte halt noch einen mit offener Kabine, weiße Der soll halt noch so richtig urig alt aussehen Und Dann holen wir ihn später Dann die neueren, weiße Das soll halt so zusammen passen Erstmal Weil dann haben wir nämlich so einen Oldtimer Drescher Was, was ich eigentlich ganz cool finde Welches Blau haben wir? Das Oder das Ne, das Das hier, ne? Ja Und wir haben ja jetzt hier auch nicht die riesen Feldgrößen, weiße Dass das nicht passt Matz, wie kann man sich für das Projekt bewerben? Habe einen guten Drescher geschickt Äh, welches Projekt meinst du, Nico? Welches Projekt meinst du, mein Lieber? Wo waren Haben wir dafür einen Schneidwerkswagen? Ich meine nicht, ne? Ne, brauchen wir auch nicht Aber 4,2 Meter ist schon breit, ne? Von LS Ähm Einfach mal bei uns auch im Discord Rein Und da melden Unter, ähm Unter Community Ähm Multi Ach, schieß mich tot Gok, sag mal bitte Oh, 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 oh Der ist doch nice Also das ist doch das Richtige Das ist ja genau das Richtige, was wir brauchen erstmal für unseren Hof Schön mit offener Kabine Schön am Regnen draußen Was willst du mehr? Naja, ich weiß Der Vorbesitzer hat seinen Stroh vergessen Das sehe ich Das ist zu breit auf der Straße, Matze Ja, aber was will ich denn machen? Genau Community Projekt melden Soll ich denn mit Das machen wir Wir lassen den kommen Wir lassen den kommen vom, äh Das ist ne coole Warte mal Wir lassen den vom Lohner einfach kommen Der Lohner bringt uns den Passt auf Mit nem LKW Ist ja jetzt egal, was für einer Mal eben kurz mieten Der wird uns nämlich gebracht Tieflader Kriegen wir den da drauf gefahren? Kriegen wir den da drauf gefahren? Da bin ich Anhänger haben wir glaube ich da nix für, ne? Wir testen das mal Sonst laden wir uns noch kurz was runter Weil das will ich machen Das können wir nämlich auch dann zukünftig machen Immer Sonst halt nur das Schneidwerk drauf Da kriegen wir schon was hin Ne, ich hab da keinen Schneidwerkswagen gesehen Für Oh, wir müssen noch hier Ding ins Reihen machen Was ich hier mal LKW fahr Für den gibt's den Schneidwerkswagen, ja? Ne Und dieses Standardding, ne Da hab ich keinen Bock drauf Weil dann Sonst holen wir uns noch Einen Tieflader Irgendwo für den Trecker, weißt du? Ist ja jetzt alles angeschlossen direkt? Oder muss ich hier noch was machen? Ne, ne? So, wir probieren mal kurz was aus Sonst holen wir uns direkt was anderes Dann lassen wir uns den jetzt erstmal Lassen wir uns das jetzt erstmal so bringen Und dann können wir immer noch Was runterladen Ich mein nämlich Bei uns am Hof können wir ja erstmal Können wir ja erstmal So fahren Ohne, Mats, warum Liegt hier Ach, Herr Flamex Kann ich hier Spannwörter drum machen? Ne Dann müssen wir nochmal kurz Um, umdisponieren Umlagern Ja, Flamex Sag mir mal Warum hier Stroh liegt Hätte eigentlich so einen Skorpion zum Hof gebracht Was? Die Skorpion Hätte eigentlich Was? Mit dem Drescher gleich Den Drescher fahre ich ja zum Hof Den Drescher kann ich ja so fahren Jetzt hat der jetzt keine Überbreite mehr Damit komme ich ja jetzt vernünftig über die Straßen, weißt du? Ja Gut Müssen wir doch ein bisschen weiter ausholen Oh, Schwertransport In Ellerbach Müssen wir alle Polizei kommen Hier mal sperren Mats ist im Lkw unterwegs Alles klar Ich guck gleich mal Danke Thomas Das ist alles nur gekauft Das ist alles gar nicht meine Ah, okay Alles klar Dann werden wir uns den Schneidwerkswagen noch kaufen Oder runterladen Vielmehr Wir brauchen ja auch noch ein Maisgebiss Aber das können wir jetzt glaube ich so dann gleich mitnehmen Ich glaube das hat ja da nicht so eine Arbeitsbreite So eine Extreme Dass wir da Probleme kriegen Moin Luca Der Bauer Danke Ja Die Kurve hier So ein Dreckswetter Danke Chris Wir fahren jetzt aber hier oben Wo hängen wir denn jetzt? Oh Wie kann Sowas bitte passieren Das ist halt der Rotz Wenn du die Dinger nicht fixieren kannst Auf den Standard Lkw Das ist traurig finde ich Warum kann man da keine Spanngurte Oder sonst was drum machen? Dass das so locker dann da drauf liegt Wie soll ich jetzt hier um die Kurve kommen Ohne Schädeln zu fahren? Das Schild müssen wir mal kurz demontieren Ja Kannste sagen Ingo Luca Mir geht's gut Und selber Fahren hier oben über den Feldweg Können wir das Schneidwerk Können wir mich dann gleich so runter Und weg holen Ja Wenn ich im Schwertransport unterwegs bin Da werden ständig Schilder demontiert Dann wurde eins vergessen Halt bei Das müssen wir dann leider Wegflexen Äh It's Nico Vielen Dank fürs Follow Herzlich Willkommen Schönen guten Abend mein Lieber Rückwärts Fischiges Hallo Rudi Fisch Auch schönen guten Abend mein Lieber Ähm Genau Wir gehen mal wieder zum Drescher Und mal eben kurz noch nach dem Maisgebiss gucken Also Maispflücker Gibt's jetzt für den nicht Oder was Das ist natürlich mies Warum gibt's denn da jetzt Keinen Maispflücker für Für den Drescher Kannst du nur uns Drescher Alle einmal bitte in Mitleid Genau Warum gibt's denn da Keinen Maisgebiss für Gibt's auch noch Einen extra Mod Oder was Es gibt keins Ach Gott Was ist das für ein Mist Denn schon wieder Warum gibt's Aber ich will halt Noch nicht so einen neuen Drescher Hm Das erste ist für deinen Drescher Das hier Das Capello Das könnte Dann kaufen wir das noch Doch Mais kann er gut machen Mit dem Capello Ja Dann nehmen wir Originalfarbe Na dann passt ja wieder alles Alles gut Chris Kein Thema Das io Die Das ist Ich Kannst du das noch irgendwie einklappen? Na, na. Alles klar, bis gleich. Tsch. Jimmy Lou. Schönen guten Abend. Hi. Bitte schön, kein Problem. Dies HD. Vielen Dank fürs Followen. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hi. Dies HD. So schnell auch können wir nicht. Ich kann mich. Schönen guten Abend. So, wir haben Zeit, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Oder müsst ihr los? Hast du Discord? Na klar, hab ich Discord. Hau ich mal kurz rein, mein Lieber. Da ist der Discord-Ding. Hab Zeit. Alles klar, Chris. Wenigstens einer. Okay, Fernfahrrad auch Zeit, gut. Jo, Piet auch. Ähm, Nico, gib einfach mal Ausrufezeichen Map ein. Ja, nicht so. Äh, Thomas. Klein und alles zusammen. Genau, perfekt. Ja, hat er jetzt, äh... Ja! Also... LKWs... Äh, echt noch was machen. Ja, danke. Äh, die SHD ja jetzt gerade im Stream ist schlecht mit Quatschen. Ja, Chris, ich glaub, das wird so ein Running-Ding hier auf der Map. Weil die Straßen ja ziemlich eng sind und die LKWs hier... Da liegt auch schon ein Schild. Der Autos hinter mir? Nee, ne? Ne, ne? Och, wo häng ich denn? Da ist... Da ist... Junge, ich... Komm gleich raus hier. Mal einmal hoops, mein Freund. Geht halt nicht schneller. Also, was die sich denken, die Leute mittlerweile, ne? Also... Wir müssen gleich nochmal den Wetterbericht schauen, ob wir morgen dann auch endlich Mais legen können. Ja, das frage ich mich auch, Ingo. Das frage ich mich auch eigentlich. Also... Nicht normal hier in, 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 äh... Ellerbach. Was hier mit den Schildern passiert, also... Keine Ahnung. Komisch, oder? Ist da irgendeiner hier am Ausrasten? Und muss alle Schilder irgendwie kaputt machen. Aber ich muss echt sagen, der Drescher, der gefällt mir. Ja, ich glaube auch. Flammex war wieder da. Wer sonst? Haben wir Stau hinter uns? Oh, nee. Oder? So, Vögel, weg. Ja, ja, Kollege Schnürschuh. Ganz genau, mein Lieber. Ich muss sagen, dass du nett bist. Danke. Danke, Dishaddy. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ähm... Kollege Schnürschuh. Was hatten wir noch? Genau. Mit, mit dem Ärmel runter, ne? Am Feld. Auf keinen Fall. Matze nicht. Nein. Zwei Persönlichkeiten, ne? Markus. Jetzt einmal links. Wenn der Kollege da weg ist. Und wehe, hupt jetzt noch einmal da hinten, ne? Dann ist er aber hier. Dann lasse ich den Drescher einfach mal auf der Straße stehen. Genau, so war das. Genau. Ich würde sagen, den Drescher, den stellen wir da vorne in die Halle. Erstmal müssen wir das Maisgebiss jetzt mal loswerden. Stellen wir hier hin. Passt der überhaupt hier? Ne. Passt natürlich genau nicht rein. Irgendwie muss alles da in die Halle rein. Passt natürlich genau nicht rein da mit dem, mit dem Dingens. Die Halle wird so langsam, äh... Ja. Was haben wir denn sonst noch hier? Jetzt muss man den hier mit runterstellen. Und ich würde halt gerne das Mais... mal hier vorne mit runterstellen. Ich muss mal kurz... Kurz die Ohren mal eben kurz dehnen. Oh. Oh, das ist das erste Mal, dass ich da Probleme irgendwie... Nicht richtig... Sitzet nicht richtig. ZZ. Oh, ne. Schneidwerke erstmal hier habt. Hauptsache die Haare sitzen. Heh. Genau, Chris. Das muss immer sein. Wie wär's mit Schweinen? Äh, ja. Schweine erst... wenn ich auch da... wenn ich die verpflegen kann. Äh, erst wenn ich die Schweine verpflegen kann. Weil vorher bringt mir das ja nichts. Wenn ich mir Schweine kaufe, die sterben mir im Season weg, weißt du? Wenn ich die nicht verpflegen kann. Es geht mich auf deinen Server auf Discord. Und... Wie meinst du das, dies? Dann holen wir mal das Schneidwerk hier hinten ab. Was uns der Händler netterweise bis hier gefahren hat. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns einen Schneidwerkwagen zusammenschweißen. Bis zum nächsten Mal. Häng doch jetzt an. Was ist denn jetzt? Jetzt hat Schneidwerk da an. Kollege. Kollege Schnürschuh. Kein Schneidwerk vorhanden? Nö? Sicher? Bist du ganz sicher, dass da kein Schneidwerk ist, oder was? Jetzt. Aber doch eins da, ne? Okay. Also manchmal, äh... Manchmal ist dieser LS... unerklärlich. Naja. Stellen wir das Schneidwerk auch da hinten bei. Kannst du bitte die beiden Güllschläuche einklappen? Die triggern mich. Kann ich die einklappen? Ach, guck an! Was? Gucke? Was? Ach. Ja, dann, äh... Okay. Die werden natürlich dann... Also, okay. Wusste ich schon mal gar nicht, dass man das kann. Ja, ich glaube auch, Ingo. Ich glaube auch. Also muss ich mich schon mal beim Händler beschweren, ne? Was der mir da für einen LKW-Fahrer wahrscheinlich geschickt hat. Der muss ja gerast sein mit dem Ding. Ich habe keinen Zugriff. Wie, du hast keinen Zugriff, dies? Hier, du müsstest auch hier... Bist du denn bei uns auf dem Discord? Kann ein Ende fragen... Man sich immer... Ja, am Ende fragt man sich immer, wo hat es dran gelegen, ne? Können wir Licht anmachen schon mal? Ich habe Prada... So, was ich jetzt nochmal eben mache, ist... Die Schlepper mal in die andere Halle fahren, dann können wir hier in den Drescher hinstellen. Da hat jemand was Neues zum Spielen gefunden. Achso, ja, Rudi-Fisch. Mit den Schläuchen, meinst du? Ja, ist cool. Wusste ich nicht, dass das geht. So, die stellen wir jetzt nämlich hier vorne in die Halle. Die passen ja gut rein. Erich, der Farmer! Guten Abend! Ist da noch Licht an? Okay. Jetzt ist aus. Stellen wir den anderen auch noch hier rein. Können wir den Drescher nämlich hier unterstellen. Es geht einfach nicht. Gok, kannst du dich da mal drum kümmern? Bist du noch da? Ah, ne, der ist mit dem Hund raus. Äh, dies HD, musst du mal kurz warten. Äh, der Cocktail wird sich, denke ich, mal gleich drum kümmern. Was kannst du denn nicht? Kannst du nicht ins Discord rein? Oder was ist los? Sonst mache ich nochmal eine neue Einladung. Warte mal. Leute einladen. Kopieren. Dann schicke ich dir die mal. Also hier rein. So. Versuch nochmal. Kannst du gar nicht drauf zugreifen? Also dich einloggen oder was? Oder was ist das Problem? Das ist das Problem. So. Tor zu. Die können da stehen. So, so langsam brauchen wir auch Licht hier auf dem Hof. Und Drescher einmal rumparken. So, der LKW, der kann schon mal... Den schicke ich schon mal zurück. Nach Hause. So. So. So langsam wird es echt dunkel hier, wa? Boah, ich muss aber schon wieder auf Toilette. Also, ich bin jetzt gleich mal eben kurz wieder weg. Dann kann der nämlich hier in die Ecke rein. So. Dann lassen wir mal kurz die Zeit ein bisschen vorlaufen schon mal. Und ich bin sofort wieder da. Also, bis gleich. Okay. 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 Dann machen wir mal kurz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schauen wir uns mal kurz den Wetterbericht an für die Tage. So. Gut, morgen soll es auf jeden Fall regnen, aber dann soll es bis 12 Uhr trocken bleiben. Dann können wir vielleicht in der Zeit Mais legen, wenn die Bodentemperatur über 10 Grad, also bei 10 Grad mindestens ist. Wie gesagt, wenn der Gok gleich da ist, vielleicht kümmert der sich da mal drum. Müssen wir mal eben kurz abwarten. Die ist HD. Was jetzt? Achso. Genau, da müssen wir auf jeden Fall dann nochmal düngen. Da müssen wir noch einmal hier noch zweimal düngen und die 128 müssten wir danach auch zweimal. Okay. Hey, 810. Schönen guten Abend und vielen Dank fürs Followern. Herzlich willkommen. Also schlafen gehe ich nicht mehr allzu gerne mit dem Season, weil irgendwie, wenn du schnell vorspult, dann schießt dich irgendwie immer die Save Games ab. Wisst ihr, was ich meine? Hey, 810. Moin, moin. Guten Abend. So, was kostet denn jetzt eigentlich Pflanzenschutzmittel? Düngertank, genau. Und wahrscheinlich müssen wir auch noch Pflanzenschutz machen. Wahrscheinlich werden wir noch Unkraut kriegen. Äh, Unkraut ist pink. Oder rosa? Rosa ist das, ne? Ja. Genau, okay. Salz Agrar! Moin, mein Lieber! Guten Abend! Ähm. Herr Ringer sind so einsam, Einsamkeit. Ich bring dich heim. So, genau. Sonst brauchen wir erstmal nichts. Wir müssen uns mal kurz warten. Ich habe keine Verbindung für den Server. Hä? Komisch. Achte mal. L.U. Dicke ist da. Wie, du hast keine Verbindung für den Server. Wie, hä? Du findest aber den Server, oder was? Achte mal. Ich mache mir eben kurz einen neuen Link. So, ich habe jetzt nochmal was Neues gemacht. Musst du jetzt mal gucken. So, musst du nochmal ausprobieren. So, langsam wird es wieder hell. Bodentemperatur steigt auf jeden Fall. Müssen noch kurz warten bis 9 Uhr rum. Bis dahin lassen wir das Ganze nochmal ein bisschen laufen. Minimal. Ah, okay. Okay. Wir brauchen halt eine Bodentemperatur von... Für Kartoffeln. Ach, für Mais von 10 Grad. Seht ihr? Das ist ganz wichtig. Weil sonst haben wir ziemlich großen Verlust beim Ernten nachher. Jetzt haben wir dritter Tag im Frühling schon. Die Tür können wir eigentlich schon mal eben zumachen. Jetzt geht's, DSHD, oder was? So, dann machen wir schon mal den Schlepper fertig zum Mais drillen. So, den können wir erstmal hier hinstellen. Dann drehen wir nämlich erstmal den Mais. Jetzt muss ich jetzt mal kurz eben so lange vorspulen, bis die Bodentemperatur auf 10 Grad ist. Das ist wichtig. Sonst können wir nicht viel machen. Jetzt fängt es schon an zu regnen, oder? Und ich schleppe erstmal wieder aus. Das ist aber auch ein Dreckswetter hier immer. Hm. So langsam wird es aber wärmer auf jeden Fall. 10 Grad, schon mal Lufttemperatur. Was haben wir denn eigentlich hier so? Ne. 10 Grad Luft. Wir brauchen 10 Grad Boden, damit wir was machen können. Okay. Hi, Bennet. Guten Abend. Jetzt geht's. Ja, super. Perfekt. Flo, mein Lieber. 876. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie schaut's denn aus mit dem Wetterbericht? 15 Uhr soll's auf jeden Fall... Was geht? Wir müssen... Hallo, Flo. Schön genannt. Wir müssen mal kurz warten, bis die Bodentemperatur hier oben... Also, ne? Wir haben momentan 8 Grad Bodentemperatur, bis die auf 10 Grad so rum ist. Damit... Also mindestens 10 Grad müssen wir haben, damit... Ähm... Wir... Äh... Ja, den Mais legen können. Aber sonst haben wir zu große Verluste, wenn wir das jetzt machen. So, bin auch wieder da. Schön, Piet, dass du auch wieder da bist. Der IAC ist geil. Ja, hier ein 810 auf jeden Fall. Der ist wirklich schön. Der ist... Der ist wirklich schön. Der ist schön, ja. Auf jeden Fall. So, was sagt er denn immer noch nicht? Gehen mal mit... Warte mal, wir kaufen uns mal kurz das Messgerät für den Boden. Den Server bei Discord. Diverses. Gucken, was der uns anzeigt. Bist du Bauer? Ob ich Bauer bin? Was meinst du damit? Okay. Brauchst mich nicht hennen, kannst du auch einfach Heizer sagen. Heizer, okay. Ist das ein Mod, wenn du... ...einen Trecker einsteigst, das dann so echt wirkt? Wie meinst du das? Geht da über was vor... Sag mal, geht da über was voran? Hä? Chris, was meinst du? Sag mal, geht da über was voran? Ich meine Heiner. Heiner, okay. Alles klar. Och, Leute. Kann mal der Boden jetzt immer steigen, die Temperatur? So, was ist denn verkehrt, ey? Ich will säen. Ich will... Dann düngen wir nochmal kurz. Oder sind die... Ja, guck mal da. Dann spritzen wir erstmal kurz noch. Also, wenn die Bodenthermeratur jetzt hier nicht mal... Dann schnappen wir uns mal kurz... Ja, jetzt müssen wir mal Pflegebereifung aufziehen. Ich glaube, dafür nehmen wir uns den... Ja, C. Na, okay, Brummbär. Ja, wie gesagt, ich habe... Mir fehlt da halt einfach noch die Erfahrung so ein bisschen. Dann nehmen wir uns mal kurz den IAC... Machen mal die Frontlader-Konsole ab. Und das Gewicht hinten gleich auch. Na ja, du sprichst so wie ich und ich bin am Bauer. Ach, okay. Ja, guck an. Na, ich denke mal, weil ich halt auch vom Dorf komme, vielleicht... Favo91, vielen Dank fürs Followern. Herzlich Willkommen, mein Lieber. Schönen guten Abend. Oh. Haben wir das Gewicht nach unten? Ach, herrje. Ach, herrje. Jetzt haben wir da eine Katsche reingefahren. Einmal in den Beton und einmal wahrscheinlich auch ins Gewicht. Ist das Gewicht ein bisschen leichter geworden. Ach, wir müssen ja noch... Wir müssen erst mal noch Dünger holen. Matze, lass mal das Gewicht nicht so... Wir müssen erst mal eben kurz Dünger holen, Leute. Dafür brauche ich natürlich den Frontlader. Da waren wir schon wieder einen Schritt zu weit. Was hat er denn jetzt gemacht? Doppelt ab, hä? Wir müssen noch kurz Dünger... Morgen... Morgen reden. Aua, der schöne Hof. Ja, das arme Gewicht. Das arme Gesicht. Morgen? Morgen? Morgen werde ich gar keine Zeit haben. Morgen den Tag, glaube ich. Um großartig im Discord unterwegs zu sein. Mal eben kurz hier zu. Tieren wir eben auf. Schnippen wir uns mal eben kurz den Dingern. Dann holen wir nochmal kurz Flüssigdünger. Und ich würde sagen, wir holen dann auch direkt... Ähm... Glyphosat. Oder Pestizide oder... Ja. Auf jeden Fall was gegen Unkraut. Damit wir da auch gewappnet sind. Und... So. Einmal ab dafür. Ja, dies hat er... Äh... Dieses Wochenende wird echt... Äh... Kann vielleicht sein, dass ich zwischendurch mal drin bin. Im Discord. Aber versprechen will ich da gar nichts, mein Lieber. Ich finde, dass der kleine ERC besser auf... Meinst du den hier oder was? Ach so, Flo. Ja, das ist der Trekkie A5 hier, was ich an der Seite vom Headset hab. Ähm... Heiner, ähm... Das hat einfach den Grund, wie gesagt, LSV-Drivers hatte sich ja aufgelöst. Einfach verschiedene Interessen und verschiedene Richtungen, wie die Leute auch gegangen sind. Manche Leute haben ganz aufgehört, sind ja ganz weg. Und, ähm... Koli oder... Köl... 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 Vielen Dank fürs Folli... Folli und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und, ähm... Wie gesagt, das war halt LSV-Drivers, die alte Truppe. Und nicht jetzt... Das möchte ich... Wollte ich halt nicht alleine dann weitermachen oder sonst was. Deswegen dann neuer Name, 9 Gaming. Und sonst aber alles gut. Er meint den 644. Ach so, okay. Der alte, kleine. Ah, okay, Piet. Ja, aber... Ich find den hier auch ganz nice. Also... Ist auch ganz okay. Fahren wir mal ein bisschen Pflanzenschutz und ein bisschen Flüssigdinger mal kaufen. Vielleicht, ähm... Ja, stellen wir uns auch irgendwann mal einen Tank hin, den wir dann auffüllen mit einem, ähm... Ja, mit einem Fass so gesehen, dass wir nicht immer palettenweise holen müssen. Na gut, das stimmt. Da ist schon noch ein Kraut. Aber den Zaun find ich auch nicht verkehrt. Mal gucken, mal gucken, Chris. Kann ich noch nicht sagen. Solange wie ich Bock hab. Solange wie es Spaß macht. Ja, okay. Spaß macht's halt immer. Aber solange wie ich halt Lust hab, ne. Bis ich platt bin, Kopfschmerzen krieg ich oder sonst was. Oh. Hat keiner gesehen. Das Land, aus dem wir sind, hoch im Nord, weht ein Raub. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber es gibt als Mob so einen alten Geinsame. Okay. Kenn ich nicht. Kannst du auch mal gerne rein, rein, äh, posten. So, holen wir mal... einen Dünger. Vielleicht drei Stück. Und dann Pflanzenschutz. Drei Stück. Okay. Jetzt muss ich erst mal wieder stapeln. SchrellyTV. Vielen Dank fürs Followen. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Oh, damit hat er aber schon zu kämpfen. Ich hoffe, dass ich hier alle mitkriege. Okay. 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 Also, ich hoffe, dass ich hier. Ich hoffe, dass ich hier genau diesen genoge sehr Boxen habe. Ich hoffe, dass ich hier jetzt nicht Larry geirsiniz habe. Ich will, dass ich hier jetzt nie glaube ich invari 민 der Sache, dass ich jetzt ne so ein bisschen wie gut die Tiere, woman sagen habe. Aber ich bin also diese Kopie. Ich bin bitte nicht erinigend. 所以 habe ich hier riesanny. Ist jetzt auf der Riesenbag angefangen, okay. Ist die auch season ready mittlerweile eigentlich? Wie machst du die Musik? Spotify, ja genau. Okay, guck ich mal. Ah, okay, den. Ah, ist nicht so meins. Mir gefällt das mit der Kabine nicht, weißt du? Äh, L-U-Dicke, bei den Samen. Das gefällt mir nicht, weil die so riesig sind, weißt du? So eckig, so... Weiß ich nicht. Das ist irgendwie so nicht meins. Ich denke, ich denke, Hainer, ja. Warum? Also, aber ich weiß jetzt nicht, ob der das streamtechnisch irgendwas macht. Ich denke mal, er konzentriert sich halt momentan ziemlich auf die Gemeinde Rade. Ich glaube, die setzen wir noch oben drauf. Ich glaube, das war Dünger, die anderen. Okay. Alles klar Sollte fest sein Hast du mich gefunden Einer Ja, hallo, das sollte der doch schaffen Meinungshof Bergmann Hab ich nie gespielt Kann ich leider nichts zu sagen, Heiner Habe ich nie gespielt Moin Hä, dies hat die Hatten wir doch schon Oh Oh Da dazug PC abgeschmiert Oh, okay Das ist nicht schön Oh, die, oh, die, oh, die Oh, da macht er Oh, wird schon ein bisschen schwierig hier Oh, die, oh, die Andi, mein Lieber Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen Schönen guten Abend Kennst du Capital Bra? Ja, klar Kenne ich Capital Bra Capital Bra Die Bonten will aber auch nicht steigen Nee, irgendwie nicht, ne Matze Wenn du Schweine machst Und willst Ein paar Kartoffeln verkaufen Hol die Kartoffel Waschanlage Gibt 40% mehr Ja? Andi, servus Mein PC ist Schrott Ab heute Hab ich heute erfahren Was ist los denn, Heiner, mit deinem PC? Ja, Kartoffeln Waschanlage Könnt man machen, ne? Könnt man machen Muss ich mir mal anschauen Aber die meisten Kartoffeln Werde ich wahrscheinlich Für die Schweine einlagern, weißt du? Und damit wir da genug Einfach haben Der nächste Woche Freitag Kann ich direkt schon mal sagen Werde ich nicht da sein Da bin ich auf Weihnachtsfeier Und dann wird das Wochenende natürlich Auch wenn die Gemeinde Rade kommt Also die soll ja kommen 21. Jahr stand der drin Werde ich leider auch nichts machen Ja Fanfahrer, warum nicht? Könnt man ja machen Henryson Der Brun Und Son Kapital Bra Ich glaub nicht, dass hier so die Leute Für Kapital Bra da sind, weiße Ja Wir sind hier so die Leute Wir laden erstmal alles ab. Oh. Abstimmen. Ja, ihr könnt ja einfach reinschreiben. Die Nacht vier Stunden Schnee geschoben. Ach herrje. Okay. Also bei uns wird nächste Woche wieder zwölf Grad, dieses Wochenende elf Grad. Also bei uns ist noch lang nichts... Hallo, du sollst auch noch nicht runter. Bei uns ist noch lang nichts von Schnee in irgendeiner Art und Weise zu sehen. Moin, Pattweg. Bei Capital bin ich raus. Ja. Ich denke, da ist hier nicht das Klientel für da. Hallo? Komm mal in die Laberecke. Ich? Na, ich, 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 ich nicht. Wie gesagt, im Stream mache ich das nicht. 20, der ist 15, die flüssig. Oh, Heiner. Ja, musst du wahrscheinlich ein ganz neues System kaufen, wa? Wow. Na, irgendwann ist jeder dran, mein Lieber. Irgendwann muss jeder in die Tasche greifen. Ich muss ja auch eigentlich eine neue Grafikkarte so langsam haben. Aber kostet halt alles... ...gut Geld. Deswegen, bei mir ist das auch erstmal so nicht drin. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das würde ich halt auch jedem empfehlen, ne, Heiner. Weil das Problem ist halt einfach, dass, wenn du das, oh, wenn du das, wenn du das auf Konsole spielst, du hast halt so viele Möglichkeiten, nicht? An Mods und Skripten und keine Ahnung was. Also, ich weiß nicht. Darauf würde ich halt nicht verzichten wollen, weißt du? Hey, ich würde mir auf jeden Fall was holen, damit du dann erstmal auf jeden Fall wieder ein paar Jährchen Ruhe hast, weißt du? Vielleicht ein bisschen mehr in die Tasche greifen, aber dafür kannst du, oder spielst du halt nur den LS oder was? Weiß ich ja nicht. Aber nächstes Jahr kommt ja auch schon wieder der neue LS, ne? Muss man ja auch schon wieder dran denken. Das ist ja das Ganze, ne? So, dann haben wir gleich auch alles abgeladen. Dann können wir endlich die Feldspritze nehmen und dann schon mal die Felder nochmal nachdüngen. Und dann will ich doch mal hoffen, dass morgen dann für mich so weit ist, ey. Okay, zu Hause. Und zu Hause. Hallo? Ich spiele hauptsächlich nur LS-Moment über einen anderen PC, okay. Also keinen anderen Games so gesehen. Und würdest du auch nie spielen andere Games, oder was? Weil die Frage ist ja, ob man das vielleicht dann auch für andere Games ein bisschen anpassen sollte, so vom Können her des PCs oder ob man das dann wirklich nur für ein LS anpasst, weißte? So. So. machen wir den frontlader jetzt hier ab gewicht ab moin norway can stop me no way can stop me schönen guten Abend mein lieber so müssen erst mal umbauen auf pflegebereitung den schlepper ich hoffe das geht auch bei dem schlepper sonst müssen wir wieder den johnny nehmen oder sonst irgendeinen schlepper hier mal kurz zu machen du das geht auf jeden fall ja johnny so dann holen wir uns mal die feldspritze und so machen wir erst mal dünger weil ich glaub und kraut haben wir da noch keins drauf ein bisschen wir düngen erst mal kannst du mal auf der map den kuhstall zeigen bitte es gibt mehrere kuhstelle hier no way can stop me kann ich dir gleich mal zeigen so wir düngen erst mal und dann machen wir später dann noch mal pflanzenschutz drauf so den schlauch müssen wir uns jetzt gleich denken ja genau ein tank fangen wir hier bei uns mal an direkt am hof ja kein problem no way also hier gibt es mehrere höfe so gesehen ich glaube insgesamt gibt es hier genau eins zwei drei vier fünf sechs sieben höfe was trinkst du da äh apfelschorle apfelschorle pad weg ja 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 das ist doch ein helles ne das ist apfelschorle hallo was denkt ihr denn leute was denkt ihr denn bitte von mir historischer ja 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 Ich nehme auch nur das Beste. Natürlich, Leute, hallo? Also bitte. Ich will ja auch bitten hier, ne? Ich will ja auch bitten. Ich will ja auch bitten. Ich habe die Geiselsberg halt nie im Single gespielt, weißt du? Kann ich nicht sagen, no way can stop me. Und so habe ich es ja auch nicht viel gespielt. Also kann ich echt kein Urteil zu fällen, leider. Was ist los im Chat? Gut. 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 Ja, das ist auf jeden Fall Auf jeden Fall, das auf jeden Fall, so wie Schuba schreibt Ja, das ist halt schade, mit dieser... das ist nur immer nicht automatische Teilbreiten... dass der das nicht automatisch erkennt, weißt du? Klar, jetzt bei der Spritze hier vielleicht nicht, aber generell, dass das nicht im LRS gibt, weißt du? Das wäre schön Moin, Mr. Timmy, schönen guten Abend Das ist eine Vierfach, meine ich, oder? Die Geiselsberg Das ist keine Vierfach? Ich hätte gedacht, das wäre eine Vierfach Also hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass das eine Vierfach ist So, das sollten wir dann fertig haben In der letzten Düngerstufe, genau Jetzt fahren wir noch zu 149 Da einmal düngen Ich denke immer, dass die auch schon eine Wachstumsstufe haben sollte Ja Können wir noch einen Feldweg bestellen? Ja Ich fahre mal einen Feldweg bis da Okay. Moin, Tom Trecker 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 Wie, das kostet doch 10 Euro, Mr. Timmy. Wie meinst du das? Das Spiel oder was? Nee, das ist teurer. Transport Fever 2. Okay, was passiert denn, wenn du vielleicht dem Geräte-Manager deine HD-Graphics deaktivierst irgendwie oder so? So, den machen wir mal sauber jetzt. Rico, Wegner, schönen guten Abend. Nee, das Spiel, das ist teurer. Hallo, Rico, schönen guten Abend. Pflegebreifen können wir auf jeden Fall drauflassen. Ja, dann hast du das sowieso ein Problem. Okay, dann musst du das, ach, wie war das denn jetzt? Dann musst du das beim Monitor einstellen. Ach, weil, genau, dann musst du das beim Monitor einstellen, dass du dein Monitor auch über deine Grafikkarte laufen, also über deine Hauptgrafikkarte. Weißt du, was ich meine? Weil du kannst nämlich deine Monitore über die verschiedenen Grafikkarten steuern. Und wo hast du die denn eingesteckt? Ja, stimmt, du hast ja nur, wenn dann ein Port. Du hast ja, wenn dann nur ein Port, stimmt. Boah. Google mal, Google mal am besten, mein Lieber. So, wir sprühen mal vor. Wir können jetzt sowieso nicht mehr viel machen. Hm. Ah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Also wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen. Big Shogun, mein Lieber, irgendwie zeigt er mir das nicht an, den Follow, aber ich sehe es halt bei Twitch, mein Besser. Vielen, vielen, vielen Dank, Big Shogun. Herzlich Willkommen, vielen Dank für dein Follow. Und ja. Der gute Big Shogun. Die Alpenthal wurde ja heute bei Dat Alex vorgestellt. Moin, Moin, besser ist das. Warst du dann Release geplant oder bist du da noch komplett frei? Sah aber echt gut aus, sah aber echt gut aus. An welche Map hat er mich erinnert? An welcher Map hat er mich erinnert? Irgendwo aus einem 15er oder 13er. Was war das? Ach, was war das? Ach, was war das? Was war das? Mats, wer bist du? Mats, wer bist du? Hä? Hä? Was ist los, Flammex? Jopi, schön, dass du da bist. Was machst du? Wir spulen gerade die Nacht mal kurz durch. Ich möchte nicht schlafen gehen, weil dieses schnelle Vorspulen finde ich halt für den Season irgendwie nicht so passend, weil meistens, du kennst mich doch, immer ein kleiner Troll. Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, weil da habe ich meistens die Abstürze, wenn ich dieses Schlafen gehen mache da. Anfang Januar. Ja, wie gesagt, leg dich nicht fest, alles cool. Aber ich denke, da wirst du auf jeden Fall einige dabei haben. Die erinnert mich an was? Ach, LS13, LS15. Ach, wie hieß denn die Map, ey? Ach, ich weiß es nicht mehr. Da erinnert mich die Map dran. Ja, dann gehen wir mal Mais legen, würde ich sagen. Nee, nee. Nee, nee. Irgendwo anders dran. Ich kann es nicht genau sagen, an welchem Map das jetzt war. Aber ich verstehe nicht, warum mein Bot nicht alle Follower anzeigt. Also, da sind zwischendurch nämlich auch irgendwelche Follower gewesen und hat er auch nicht angezeigt. Auf jeden Fall auch vielen Dank an die. Okay. So, gehen wir mal Mais legen. Fangen wir hinten an. Wo gibt es den Johnny? Den gibt es gar nicht, Padwig. Der ist privat. Jetzt kommt Kapital. Genau, Kapital für... Das ist jetzt hier irgendeine Playlist, die ich immer angeschmissen habe. Aber das sind nicht die schlimmen Lieder, glaube ich, vom Kapital. Kann ich die noch ausklappen? Sämmaschinen anschalten. Nee, entladen. Okay. So, Mais haben wir. Ja, ich finde das sieht auch gar nicht so verkehrt. Oh, jetzt fahren wir ganz schief. Wir müssen gleich... Das ist eins der besten. Okay, Fanfahrer. Alles klar, meine Dame. Danke, 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 Flyer Mike. Sagst du, wegen mir Lebenskummer hast. Oh, hat jemand Caps Lock gemacht. Oh, viel zu schnell hier. Wie schnell macht man Mais? Wie schnell legt man Mais? 10 kmh oder noch langsamer? Ähm, die Alpenthal. Die Alpenthal hat der Big Shogun. Bei Dat Alex. Dat Alex hat die heute mal gezeigt. Genau. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Apache ist auch gut, finde ich. Na gut, jetzt sind halt die Charts einfach momentan, ne? Wir mit 16D, ne? Was denn? Du bist Armeen nebenbei. Wo bist du Armeen? Boah, die hatte ich damals so gesuchtet. Die Alpenthal oder was? Und kommen natürlich. Ah, okay. Ne, aber wie gesagt, kann ich nicht sagen. Mais legen mit 16 kmh? Ja. Also, keine weiß ich nicht. Ich glaube, da kann ich gar keine gerade Bahn ziehen hier. Na, jetzt 21, genau. Ja, aber es ist halt eine wirklich schöne kleine Map, ne? Und ich denke mal, du, ja, machst da noch einiges dran, ne? Bis Januar oder ist ja auf jeden Fall noch Zeit. Oder je nachdem, wann du releast. Also, da wollen wir ja jetzt ja gar kein Datum irgendwie mal sagen. Ja, ich bleibe auch bei 10, Fanfahrer. Das ist ein Lied, was ich auch... Boah. Das ist ein Lied, was man wirklich fühlt, ey. Der meint, glaube ich, Spaß. Okay. Kann man dir privat schreiben? Ja, klar, Big Shogun. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Immer gerne. Macht ruhig. Entweder Discord. Ich kann dir mal Discord reinhauen. Oder du machst das, äh, hier bei Twitch. Das Discord. So, wie du Lust und Laune hast. Ich weiß, ich fühle jede Musik. Musik ist für mich wirklich auch so ein Ding. Also, ohne Musik geht bei mir gar nicht. Also, ich höre eigentlich kein Radio im Auto. Immer wenn an Spotify. Und auch wenn ich duschen gehe, muss ich Musik anmachen. Wenn ich sonst irgendwas mache im Haushalt oder so, immer Alexa oder auf Dingens. immer Musik, immer Spotify und immer... Und ich denke mich halt auch dann immer so ein bisschen in die Lieder rein, weißt du? Ich höre die nicht so stumpf, sondern wo dann auch so ein bisschen Text und so ein bisschen Gedanke hinter ist, weiß ich nicht, weißt du? Also, es ist halt einfach, weißt du, ja. Musik ist halt auch was, was... Ja, wo du es einfach so Kopf abschalten kannst. Die Linien schneller. Aber das liet das extrem an meine... Ja, so Alter zwischen 15 bis 19 so. Ja, das Lied ist megamäßig. Ne, hau raus. Hau ruhig raus im, äh... Im Discord. Kannst, kannst mich ja im Discord privat anschreiben. Alles gut. Jo, Fanfahrer, mach das. Dann pass auf, ne? Ja, klar, dann bin ich immer noch live. Aber ich denke mal so, wir gehen so Richtung, wenn wir das Feld hier fertig gedreht haben, Richtung Feierabend für heute. Sind dann noch Damer, dann auch so Richtung viereinhalb Stunden online. In den 90er versunken, Flammex. So alt bist du doch gar nicht. Genau, das ist das ja. 18 Reihen mit einmal ab. Okay, ja, gut. Das ist hier ein bisschen weniger auf jeden Fall. Glatter 2000er. Ich bin auch glatter. Aber glatter 90er. Oh, Big Shogun. Ja, ich wohne immer noch da. Genau, immer noch da. Ne, ne, ganz genau, ganz genau. Ne, umgezogen. Nur im Ort selber, wie gesagt, umgezogen. Aber da wurde Schreibsburg nicht immer noch, mein Lieber. Also nicht in dem Ort genau, sondern ein Dorf. Oder zwei Dörfer weiter, Alter, in der Gemeinde. Auf jeden Fall. Und das fand ich halt auch das Geile, dass das wirklich mal jemand von hier kam, weißt du? Weil sonst sind die meisten halt wirklich oben Norddeutschland oder unten Bayern rum oder... Aber Nordrhein-Westfalen ist echt mau. Und dann hier die Ecke sowieso. Ich wohne auch nicht so weit weg. Ja, 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 Flamex. Bäumen und Steinen. Oh, das ist auch, ey. Wann war das? Mitte 2000er? Anfang 2000er, die Sendung? Boah. Sowas muss im Fernsehen laufen. Und nicht so ein Mist, wie heute da läuft. So eine Schlimm-Fernsehn-Guckerei da, ey. Das... Da waren noch Lieder, ey. Das ist... Ja. Traurig, traurig, wo das alles hingegangen ist. Ja, Big Shogun. Da siehst du. War das nicht self-self? Also, du weißt, was ich meine. Bei dir. Familie im Brennpunkt. Ja, richtig klasse. Ja, stimmt. Die neuen. Ja, also... Guck dir mal an, was bei einem normalen Fernsehntags überläuft, ey. Das ist doch... Das ist doch... Da kannst du dir doch nur... Kannst du dir nur an den Kopf fassen. Echt, ey. Und das... Das ist halt das, was... Was... Was heutzutage Kissender gucken, weißt du? Also... Hier... Weiß ich nicht. Köln 0815 oder so ein Mist. Und dann... Ja, Volksverblödigung. Ganz einfach. Man kann so sagen, wie man... Ja. Egal, welchen Sender du eigentlich da... Also... Hät die Hauptsender, ne? ProSieben, RTL, RTL 2, SAT 1... Was da alles für eine Scheiße läuft mittlerweile. Ne, nicht. Okay, Big Show Gun. Meiner schon. Und da gehe... Wie gesagt, ich kann mir auch kein normales Fernsehen angucken. Also wenn ich mal krank bin und dann tagsüber ich gehe. Ich gucke nur YouTube oder Twitch oder sonst was. Oder Dokumentationen oder irgendeine Serie. Aber ich kann mir nicht das normale Fernsehen geben. Das bräuchte ich auch nicht. Also diesen Scheiß mit dem... Mit der GEZ. Nur wenn man dann mal Radio hört oder mal... Vielleicht mal das erste oder das zweite schaut. Das finde ich sowieso verrückt. Auf Streif. Ach, den ganzen Mist da. Die ganzen gespielten Blödsinn. Also das ist echt... Ach, ich denke mir nur Leute. Und das müssen ja Leute gucken. Sonst wird das ja nicht laufen. Und dass dann immer so ein Mist, noch mehr Mist kommt immer. Weißt du? Jeden Tag. Also... Ich glaube, wir müssen jetzt die Sä... Ja, okay. Wir könnten aber hinkommen mit der Sämaschine. Warte, mit dem... Und das ist halt das Traurige, weißt du? Die Einschaltquoten dazu. Ach, guck an. Ja, Gange. Ja. Ja. Wegschuhen. Ja. Ich schreibe mal kurz. Ja, da wohne ich. Wo ich gerade geschrieben habe. Das ist einfach alles nur Gestellter, Blödsinn und... Ja. Unnötig. Genau. Das ist einfach... Ja. Wie man ganz klipp und klar sagen kann, Volksverdummung. Das ist... Ja, ich will das jetzt nicht zu tief greifen und nicht zu weit, also... Das ist einfach ganz klar gelenkt. Viele Sachen. Aber naja. Ich hab's mir gedacht. Ah, okay. Alles klar, Wegschuhen. Ja. Ja, genau, Flammex. So mach ich das auch. Also, ich kann mir kein normales Fernsehen geben. Da geh ich kaputt. Wenn ich so... Wenn meine Frau das nochmal guckt oder so, ey, ich... Da werd ich aggressiv bei, ne? Und dann... Kann ich nicht. Ist nicht meins. Kannst auch Toto sagen. Alles klar. Big Shogun. Aber wie... Big Shogun. Wie alt warst du nochmal? Das wusste ich jetzt nicht genau. Ich mein, du warst jünger, ne? Das Einzige, was manchmal geht, ist... N24, wenn Dokus kommen. Oder D-Max. Ja, okay. Das stimmt. Oder ProSiebenMax. ProSiebenMax geht auch noch. American Football oder sowas in der Rechnung. Ich bin ein 8... Ach. Okay. Gut. Dann, äh, zwei Jahre mehr. Dann zwei Jahre älter. Okay. Aber guck an, ey. Krass. Die immer lacht. Genau. Moin Boxer. Aber Big Shogun, du streamst doch auch oder nicht. Oder machst du nur Map-Streams? Also Mapping-Streams. Irgendwie was hab ich doch da gesehen. Wie gesagt, ich bin nicht so viel im Twitch unterwegs bei LS überhaupt. Weil wie gesagt, kann ich mir... Ich guck mir ja lieber immer andere Games an. Deswegen bin ich auch nicht so vertreten bei anderen Streamern leider. Aber das ist halt... Weiß ich nicht. Ich guck dann halt immer irgendwas anderes meistens. Ich mach, was mir Spaß macht. Ah, okay. Ja, mach ich ja im Endeffekt auch, ne? Kennst du noch Tim Thaler? Tim Thaler sagt mir ja. Das sagt mir ja. Schauen nur noch Sport im Fernsehen. Okay. Moin Alex. Schönen guten Abend. Moin Martin aus Niedersachsen. Wunderschön. Tim Thaler. Aber wie früher. Duck wie ein Duck oder Captain Baloo. Ach, Leute, ey. Das gibt's heute alles. nicht mehr. Heute gibt's da, weiß ich nicht, einen ganzen Doku-Soap-Scheiß und... Ach ja. Was willst du dazu sagen? Und die Kinder werden einfach... Oder auch die Jugendlichen. König der Löwen. Ja. 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 Guten Abend. Alice Dunny. Schönen Abend nach Regensburg. Wer ist eigentlich der Modder des John Diaz? Ja, Pete. Das wüsste ich auch gerne. Alice V-Drivers, Treadhawks. Hat sich halt aufgelöst, ne? Die Gruppe. Und alleine, hab ich gesagt, bin ich nicht Alice V-Drivers. Das ist wenn dann die Truppe. Oder halt keiner, ne? Und deswegen, ganz einfach. Und deswegen bin ich zu Nine Gaming gegangen und... Wer weiß, was sich in Zukunft ergibt. Und mal abwarten. Wo man noch... Was... Lernen konnte. Ja, genau. Aber mittlerweile lernt's ja nur noch... Ach, will man gar nicht drüber reden. Bellblechzaun. Mal gucken, Alice Dunny. Kann ich noch nicht... Kann ich noch gar nicht sagen. So lange, wie ich Lust hab. Äh, Treadhawks. Das hatte sich ja damals schon alles so ein bisschen gelegt, weißt du? Damals war ja Chris schon oft nicht mehr da. Und, ähm, wo wir noch mit, äh, Alex, mit, ähm, Torte, mit Fanfahrer, Mike und so weiter gestreamt haben. Und damals hat sich das schon gelegt. Das ist halt einfach privat. Privat bedingt. Das ist... Hat ja jetzt nix mit bösem Blut oder keine Ahnung was zu tun. Aber das ist halt einfach... Ja, man verliert sich irgendwie dann halt aus den Augen und sonst was, ne? Du kannst halt nicht jeden Tag, wenn du so weit auch auseinander wohnst und... Waren ja auch private Sachen, die dann kamen, ne? Ja, hab ich, hab ich, hab ich noch drauf. Auf jeden Fall. 24er. Ja, Flammex. Ich mach auch ein 24er. Werde ich niemals machen. Wenn ich schon manchmal höre, was meine Töchter haben wollen. Ja, L is real. Das ist... Nicht mehr, ja. Aber es wird... Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich bin froh, dass ich momentan... Oder dass ich halt noch, ja... Keine Kinder momentan hab. Dass ich mir irgendwelche Gedanken drum machen müsste. Genau, und das ist das halt, ne? Und das Schöne ist, dass man einfach wieder miteinander redet... Oder dass man miteinander noch reden, schreiben kann oder sonst was. Wie mit Alex werde ich jetzt auch die Tage mal quatschen, wenn ich endlich die Zeit dafür finde. Vielleicht gleich noch. Aber Alex ist anscheinend nicht mehr online. Oder halt auch mit Chris oder so weiter. Aber es ist halt ja kein blödes Blut. Es geht halt einfach in verschiedene... Interessensfelder und keine Ahnung was. Und das ist ja auch nicht schlimm, weiß. Man muss sich doch nicht... Wir sind ja alle erwachsen. Und das ist das, ja. Kleine Matzes. Ich glaub, die will keiner haben. Und das ist das, ja. naja so langsam mit dem mais auch fertig nach oben vor gewinne naja das stimmt auch lsw aber was willst du dagegen machen kannst du auch kein fernsehverbot oder sonst was aussprechen weiß bleiben naja big shoko wir müssen mal quatschen schon hier aus der gegend kommst oder dieses lied ich fühle es jedes mal ja ok guten abend madin 85 ja sicher das ja klar das ist ja selten wie gesagt ich weiß nicht kennst du sonst jemanden hier bei uns aus der gegend big shogun also den man so mls kennt baden gamer 112 vielen dank fürs folgen herzlich willkommen schönen guten abend ist sehr selten ja nicht wirklich ok oh ist so ein ablass hallöchen baden gamer ist gleich schon wieder zur toilette leute ah so langsam ey müsste irgendwann kommen glaube ich cordola grün hier in der playlist langsam ist aber glaube ich gut für heute oder leute was sagt ihr kenne ich mit der toilette bei main streams ok baden gamer ja das geht so runter wenn man hier so sitzt und dann ah ok alles klar wie gesagt matze macht ne 24 ne 24er ne 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 leute also dafür müsste man was ganz anderes also es würde dafür müsste man irgendwie na ne das würde nicht gehen leute 24 stunden zu zocken ey bin ja jetzt schon bei viereinhalb stunden dann habe ich noch diabetes naja ok gut das ist natürlich nicht schön das ist natürlich klar machen wir von simons einen 24er erl stream waaaah hä ok dann sind wir auch fertig mit mais legen achso simonsgebot achso ok ja dat wär wat ne da müssen wir eine kamera oben in der ecke machen da können wir mal sauber machen aber vorher gehe ich mir erstmal zu zu vorher bin ich mir erstmal kurz weg ihr könnt ja schon mal eben den schlepper sauber machen leute ich stelle euch den hier hin benny mein lieber vielen dank fürs follow und herzlich willkommen schönen guten abend so bis gleich bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, aber ich will ja jetzt nicht einen anderen Hof nehmen. Ich will ja schon was irgendwie hier in der Nähe haben. Können wir hier vielleicht irgendwo... Ach, Hühner könnten wir ja mal kaufen, ne? Wir kaufen mal ein paar Hühnchen. Was bringen wir zu den Roadster? Achso, für den Fortpflanzer. Welche Hühner wollen wir haben? Welche Hühner wollen wir haben, Leute? Einen Hahn brauchen wir auf jeden Fall. Welche Hühner nehmen wir? Die für 8 oder für 6 oder für 1 Euro ein Huhn? Die haben auch einfach keinen Wert. Mach es bunt, das sieht gut aus. Okay. Also die und die oder was? Aber ne, die sind männlich. Warum sind die denn männlich? Was bringt uns denn männlich? Das Dark Cornishuhne ist eine Fleischrasse. Die extrem schnell wächst und eine kurzfristige Rente. Sie benötige doch viel Futter. Braun, weiß, schwarz. Je einmal. Aber nur weiblich, oder? Beide weiblichen hier, ne? Also den und die beiden. Aber da muss ich die... Ich hab gar kein Futter für die. Feigling. Vielen Dank fürs Followern. Herzlich Willkommen. Schönen guten Abend, mein Lieber. Wir kaufen uns dann eben Futter. Hey. Wo seid ihr denn alle? Hier drin? Ne. Ach, die laufen auf dem... Ja, das ist klar. Wofür habt ihr denn Gehege hier, wenn ihr einfach hier rumlauft, ihr Ball? Hi, Feigling. Wie geht's dir und dem John Deere? Alles gut, alles gut. Mais oder Weizen, glaube ich. Okay. Okay, das heißt wir... Okay, es gibt anscheinend... Wie lange leben die denn, wenn ich die jetzt nicht fütter? Na, okay, Feigling. Weizen brauchen. Wie lange leben die, wenn ich die nicht fütter? Wenn ich den Weizen von meinem Feld dann ernte. Wie lange lebt ihr? Moin Apfelsaft. Schönen guten Abend. Das kann ich dir leider nicht sagen, okay. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. So teuer sind die ja nicht. Wo ist denn jetzt unser Hahn? Ist das der Hahn? Bayern Agrar. Vielen Dank für deinen Host. Und schönen guten Abend. Wo ist denn der Hahn? Da ist der Hahn. Aber so ein Pack ist ja nicht teuer, deswegen. Deswegen. Gut, dann laufen wir anscheinend über den ganzen Hof. Na dann. So, ähm... Lass mich mal kurz überlegen. Wir müssten eigentlich wieder düngen. Die 128 auf jeden Fall noch einmal. Noch zweimal die 128. Okay, dann fahren wir mal kurz mit dem Düngerstreuer drüber. Machen wir mit dem Dingens hier. Machen wir mit dem Güldner. Ist ja direkt hier neben dem Hof. Nehmen wir mal kurz den Düngerstreuer. Wir machen mal gutes Wetter. Ein Jäckchen anders reicht bei der Temperatur. Hof und Maschinen. Mach ich sofort, Feigling, okay? Wir haben den gespielt, Timo. Ach, hey, okay. Na gut. Geht das gut? Na, guck an. Schafft er sogar. Aber mit Unkraut haben wir eigentlich noch gar kein Problem momentan, ne? Ja, ich schätze mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier noch ein bisschen Nehmen wir hier den Rand noch entlang Dann müssen wir dann später einfach Einen noch einmal mit der Spritze drüber Würde dir ein Eicher geben? Äh, Feigling, ich tausche Keine Mods oder sonst was Ne, ne, sowas machen wir nicht Feigling Das verpasse ich immer, ne? Wenn ich von hier oben komme, die Die Einfahrt Ja, das hat Was haben wir jetzt auch von, ob wir Hühner gekauft haben? Na, Kollege, Schneerschuh Ja, aber ich will jetzt nicht Da drüben das einlagern, weißt du? Ich will das ja auf meinem eigenen Hof machen, Toto So, dann schnappen wir uns noch mal Nochmal den IAC mit der Pflegebereifung Und nochmal die Düngerspritze Oh, den müssen wir auch bald mal tanken Das, was wir mal kurz machen können Ist eine Tankstelle mal hier platzieren Äh, nicht zu paraden Okay Haben wir gar nicht drin, die Sachen Ich glaube nicht Nee Nee Nee, haben wir nicht Okay, muss ich noch alles reintun Hätte ja sein können, dass du dir Den auch gekauft hast Ja, ich hab den gekauft Den Hof auf jeden Fall schon mal Auf der anderen Seite Da das unser Elternhof ist, so gesehen Aber ich möchte das Getreide halt Ja, wenn es halt keinen wirklichen Ausweg mehr gibt Würden wir das Oh, ich muss doch vornehmen Würde ich es trotzdem machen Aber ich würde das Getreide doch schon gerne Äh, von Irgendwie auf dem Hof her lagern, weißt du? Ja Ja Ja, damit kommen wir noch locker hin mit dem Aufpassen So, ab dafür Das ist dann Das ist dann Schwierig Das dann da zu Lagern Ja, das ist ja das Problem Mal gucken Irgendwie Silos oder so Aber Das ist echt blöd Das da irgendwie einzubauen Irgendwo Auf dem Hof Irgendwo 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 Hier kommt die zweite Ladung. Hier kommt die zweite Ladung. Hier kommt die zweite Ladung. Am Seen haben wir eigentlich alles durch. Felder sind alle angelegt. Vielleicht kaufen wir uns auch nochmal ein Feld. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht irgendwo ein gerades Feld, wo wir ein Lager bauen können. Mal gucken. Oder eine Wiese oder sowas. So, jetzt müssten wir eigentlich alles soweit. Also das haben wir in der höchsten Stufe. Das müssen wir noch, die 128. Wenn die nächste Stufe gewachsen ist. Und dann sollte es eigentlich passen. Mal was. X4. Was ist X4, Toto? X4. Was ist X4? Was ist X4? Also es macht echt Spaß heute, also ich weiß nicht, ich kann noch nicht irgendwie so dran denken aufzuhören heute, weißt du? Aber langsam kriege ich halt auch... Oh Gott. Okay. X4. Sagt mir gar nichts. Toto. Aber viel Spaß, mein Lieber. Aber was ich auf jeden Fall noch ändern will, ist texturmäßig was. Und damit der Weizner und alles ein bisschen dichter steht. Ein bisschen Club mit meinen Jungs, eiskalt. Guten Abend, Lord Zombie, Kollege Schnurrschuh, mein Bester. Alles gut da drösten. Ach. Ich weiß, was viel Geld bringt. Was denn dies? Tun auch mal direkt sauber. Da, da. Wieder live, Luca. Ja, klar. Töpfelchen Club mit meinen Jungs, eiskalt. Er fährt um uns herum, eiskalt. Ich will sehen. Anfangs juckelt man halt mit einem kleinen Schiff. Später kann man... Okay. Okay. Toto. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal angucken. Ja, viele spielen ja hier... Wie heißt das andere Weltraumspiel? Ähm. Was so gehypt ist? Oder was schon seit Jahren auch in der Entwicklung ist? Du weißt bestimmt, was ich mein. War eine Frage. Wo gibt's den Johnny? Den gibt's nicht. Der ist privat. Aber guck mal eben kurz hier in der Nähe. Meinen zu verkaufen oder zu ballen? Ach so. Okay. Alles klar. Star Citizen. Genau. Star Citizen. Das ist doch auch so ein gehyptes Ding, oder? Star Citizen. Ist das das? Wo du auch alles kannst und wo Weltraumschiffe irgendwie ein paar tausend Euro kosten. Also Echtgeld. Irgendwie sowas. War das nicht das? Können wir die Halle vielleicht verkaufen? Weil das gehört uns doch hier, ne? Ah ne, gehört uns nicht. Gucken. Garage. Das ist ein Böhlen. Das ist ein Böhlen. Züge. Hä? Okay. Zocke lieber Eve nebenbei. Okay. Okay, ne. Da haben wir nix. Können wir nicht. Ich muss noch mal überlegen. Wo könnten wir vielleicht ein Silo hinstellen? Eve. Eve online, oder was? Okay. 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 Wenn wir die Kartoffeln waschen, also wenn wir diese Kartoffeln, aber brauchen wir nicht für die Schweine, diese Waschanlage oder sowas. Das ist ein Böhlen-CD-Girl. Gut, wir haben jetzt auch nur die Originalsachen drin. Dann. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist echt kein Platz, ne? Vielen Dank. Das ist die Werkstatt. Das ist die Werkstatt. Das ist die Werkstatt. Der kleine Trigger hier, oder was? Äh, die ist HD. Ne, mitspielen geht hier leider nicht. Oh Gott. Oh Gott, nää. Näh. 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 Also wir müssen uns mal, da müssen wir uns was bauen hier irgendwo. Oh Gott. Oh Gott. Oh, well... Oh, cool. Oh Mann. Oh. ich muss mal kurz ins internet mal kurz gucken ob wir noch irgendwas finden an vernünftigen silos weil ich will das schon selber und wir brauchen halt auch eine schüttguthalle irgendwie sowas weißt du müssen halt den hof ein bisschen erweitern auf dem feld oder so weil das finde ich sonst blöd steigwerkswagen ja genau piet louis muss ich auch noch nehmen es wird schon mal eine schüttguthalle vielleicht für die kartoffeln kartoffeln wahrscheinlich können wir auch direkt mitnehmen loridana wer ist ein loridana getreidespeicher ok das ist so so Fermenter-Silo? Ein Doppel-Silo-System, das in der Lage ist, schnell zu fermentieren und Gärreste zu sammeln. So. Nee. So was brauchen wir auch noch. Oh, oh, ich sehe das schon, wir müssen gleich ein bisschen Hof bauen. Wie braucht es denn so eine Rampe? Sack mit Hühnerfutter. Da. Lagerregal, ja. Sowas ist auch nicht verkehrt für uns. Aber so ein bisschen, oh, war ja, ein bisschen viel. Düngermittelbehälter, können wir den... Das ist nur, ach, das ist eine Kaufstation, ne? Kann ich jetzt nicht... Kann ich nicht auffüllen, oder? Sag mal, hast du automatisches Enttoppen? Was meinst du? Kann ich den auffüllen? Wer da aus Fahrzeug geladen werden soll? Oder ist das nur ein Kaufträger? Weiß das jemand? Ja. Ich will das jemanden. Ich will das nicht verkehrt für uns. So. Wie war es okay? Er入에 zu. So. Ich will das nicht verkehrt für uns. Ja. Ich muss es nicht verkehrt für uns. Ja. Ich kann es nicht verkehrt für uns. Ich kann es nicht verkehrt für uns tutorial. interval первый, was mir richtigen. Habtfamily, besüchtet anniversary. Wie haben wir denn sonst Jugger hier ausgeht? Das nehmen wir. Das passt auf kleine Fläche. Das ist gut. Das ist automatisch. Das ist ein Toppen. Was meinst du damit? Was geht da alles rein? Ich mein, alles stand da ja. Das kannst du als Hofsilo nehmen. Das ist ein Toppen. Das ist ein Toppen. Das ist ein Toppen. Das ist ein Toppen. Achso, ne, hab ich nicht. Ja, okay, nur ein Kaufträger. Ja, gut, dann lass mal das. Ja, gut, dann lass mal das. Wo ist denn der Schneidex? Achso, ich will gleich noch mal gucken. Wo haben wir denn... So, ich muss mal eben kurz... Hatte doch einer vorhin den Schneidwerkswagen reingepostet, oder? Wo hat er mir denn den Schneidwerkswagen geschickt? Wo war das denn? Ach. Wo gab's den Schneidwerkswagen noch mal? Ich im Discord. Hexer, ja. Wo hast du den geschickt? Wo hast du den geschickt? Ach, der hier, ne? Ja, genau, alles klar, danke. Mach ich noch bis morgen? Keine Ahnung. Ich kann's nicht sagen, wie lang. ... ... ... ... ... Das ist so alt, moin moin mein lieber. Zu später Stunden noch da? Ich denke mal, das reicht. Das kriegen wir jetzt schon hin. Kret, vielen Dank fürs Followern. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, die könnten wir jetzt noch rückwärts von irgendeiner Halle kippen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Wenn die Halle natürlich vernünftigen Tippkolli haben. Das wäre noch wichtig. Ja, dann würde ich mir auf jeden Fall für die Kartoffeln noch einen anderen Anhänger holen, denn kein Drehschemel ist. Da müssten wir mal gucken. Ach, glaube ich, Global Company. Okay. Okay, Global Company. Ja, gut. Das können wir immer noch machen für Kartoffel-Waschanlage. 15 Kubik. 18, 18, 20, 25, 31. Siehst du, das ist nämlich schön schlank. Das können wir nämlich überall platzieren und da müsste eigentlich alles reingehen. Was meint ihr? Wo wollen wir uns hin platzieren? Hier ist jetzt... Ich würde es... Na, hier können wir es sowieso nirgendwo platzieren. Ich habe jetzt auch nicht Place Anywhere gemacht, aber drin. Ich würde ihn hier hinten, glaube ich, platzieren. Jo, dir auch noch, Thomas. Schön, dass du da warst, mein Lieber. Dir auch schönen Abend noch. Ich denke mal, das sollte gut passen eigentlich da. Ja. Bis zum nächsten Mal. Glockenzeichen. Ich denke mal, das ist der Wetter. Ich denke mal, das sollte gut passen eigentlich. Ich denke mal, das ist das. Ich denke mal, das ist das. Ich denke mal, das ist das. Weil dann müssen wir nämlich hier... Habe ich das jetzt auch richtig gekauft? Ja, geht ja nur so, ne? Hack-Schnitzel-Lager, zuck-Kartoffel-Lager Ich glaube, die stellen wir hier oben auf die Wiese. Wir kaufen uns die Wiese hier. Wäre sowieso nicht verkehrt für irgendwann mal. Können wir jetzt mal? Ja, ich glaube, da wird es nicht verkehrt. Und wir haben hier oben das Bremskapel-Lager. Ich weiß nicht, ob wir wie ein Haus der Bremskapel verwenden. Ich glaube, der Bremskapel-Lager wird es nicht verkehrt. Wir kommen bei den Bremskapel-Lager. Aber ich weiß nicht, ob ich glaube, es wird nun wie eine Bremskapel-Lagerung. Da, die Polter. Warum sind da schon Kartoffeln drin? Das ist doch scheiße. Warum sind da Kartoffeln drin? Das ist doch blöd. Warum sind da schon Kartoffeln drin? Dann lieber eine normale Halle. Und jetzt keine Schüttgut-Halle dabei. Ich hab gedacht, das wäre leer, die Seite dann. Nee, das ist scheiße. Ja, aber das nervt mich. Wenn ich keine Kartoffeln habe, hab ich keine Kartoffeln. Da hab ich doch keine drin liegen, weißt du? Dass ich auch hier nix hinstellen kann auf dem Hof, ne? Dafür bräuchte ich Place Anywhere. Dann holen wir uns das noch eben. Ich speichere mal kurz. Dann holen wir jetzt noch Place Anywhere. Und, äh, ja, eine vernünftige Schüttgut-Halle. Dann mach imaginer das noch. Dann holen wir euch mal kurz. Dann waren wir nicht irgendwelche Schüttgut-Halle. Nee, das вот Vernünftige Schüttgut diferente. Dann machen wir einfach noch einmal kurz. Vielen Dank. Den Global Company brauchen wir noch, ne? Ich brauche den ganz normalen Global Company Mod. Und Produktion. Oh, wo ist denn der Global Company? Ne? Mod abgezählt. Ja. Habe ich ja jetzt hier. So, genau. Und dann noch. Shit. Gut. Halle. LS 19. Und daher dreht sich nur um uns zwei. alles klar. Alles klar. Sehr Zomb États. Vielen Dank. Vielen Dank. Gefällt mir nicht. Willst ihr eine vernünftige Shitguthalle? Habt ihr da was? Ja, ich weiß, aber ich wollte halt mal vielleicht eine andere nehmen, weißt du? Ja. Ja, sonst müssen wir das wahrscheinlich wieder nehmen. Ja. 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 Vielen Dank. Okay, nehmen wir die drei Sachen noch. Oh Alter, wir sind jetzt schon bei fünfeinhalb Stunden. Ja, wir machen gleich auch Feierabend. Reicht auch für heute dann. Ich hab doch Global Company-Version. Oder sagt er das immer? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 bei den Mods. Noch nicht ganz, okay. Warum habe ich Global Company nicht hier drin? Kann jetzt mal einer sagen? Okay. Okay. Ich glaube, kommt hier ein Pläscher. Ach so. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, jetzt haben wir noch. So, wir werden jetzt aber nur noch die Sachen platzieren heute und dann machen wir auch Feierabend. Felix, schwierig zu sagen. Beste Map ist sowieso immer schwer. Also das ist was, was man gar nicht so definieren kann. Ach, jetzt geht Place Anywhere natürlich nicht mehr, oder was? Dann stellen wir den Tank hier oben mit hin. Erstmal kaufen wir jetzt ein Shitgutlager. Ist jetzt hier keine Shitguthalle dabei. Ach, hier, die meine ich doch. Dann platzieren wir da auch direkt die Tankstelle. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Let's chat. Matze. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Und... Wir passen... Jetzt den Boden... nochmal an... ... 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